Willkommen zu einer neuen Folge von Carbon und Laktat am 4. Februar, diesmal nicht mit Frank Wechsel und Simon Müller, sondern mit dem Trimac Lunch Intervall Training Squad, der heute keine Intervalle gelaufen ist, aber sonst ganz oft dienstags. Nur, dass ich dann halbwegs verschwitzt noch zum Podcast gehe und du meistens dann nebenan auf dem Bürostuhl die Elektrolyte reinziehst und dir das Resultat später anhörst. Bei mir ist Nils Fließhardt. Ich wollte gerade sagen, nach dem längsten Intro der Welt sagst du deinen Namen auch nochmal. Ja, Simon Müller. Ja und Nils, genau. Frank ist im Trainingslager und bereitet sich fleißig auf seinen Start beim Ironman Südafrika vor. Wir übernehmen derzeit und nehmen heute mal wieder seit längerer Zeit zusammen auf und haben eine relativ lange Themenliste mit ganz schön vielen abwechslungsreichen Sachen. Ich habe das Stichwort Südafrika gerade fallen lassen im Rahmen von Frank, der da an den Start geht. Und seit heute wissen wir unter anderem Nils Frommholt ist dort auch wieder am Start. Ja. Also die Saisonplanung füllt sich und ein deutscher Profi mehr, der bekannt gegeben hat, wo er startet. Und ja, ich denke mal, so wie der Stand seit einigen Wochen schon ist, da folgen bestimmt demnächst noch der eine oder andere. Denke ich auch. Aber bei Nils Frommholt, ja, auf Bewertes zurückgegriffen, würde ich mal sagen. Total mit einem sehr geilen Instagram-Post auch, wo er irgendwie darauf nochmal eingegangen ist, also dass das für ihn auch eigentlich keine Frage war, wo er wieder startet. Irgendwie so never change a running system. Da hat er den Funfact genannt, dass er eigentlich da Seriensieger ist. Seit wann? Wenn es denn nicht Herrn Hoffmann geben würde. Ja, genau. Der ihm dann doch noch zuvor gekommen ist. Aber ich meine, der, wenn man es so sieht, der hat ja seine Quali schon in der Tasche durch Florida, Platz zwei. Von daher, wenn der das nicht macht, dann logischerweise wäre da Nils auf der Eins. Ja. Aber jetzt müssen wir vielleicht einmal nochmal kurz die Historie aufdröseln. Du hast das bestimmt parat, oder? Wie seine Ergebnisse waren dann in den letzten Jahren? Naja, es hat zweimal Zweiter geworden, zweimal Zweiter geworden hinter Herrn Hoffmann. Und beide Male auch ziemlich, ziemlich starkes Ergebnis, aber mit einem Jahr Pause dann zwischendurch. Es müsste dann ja 2019 und 2017 gewesen sein. Ja. Oder war es sogar 2016? Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Ja, ich meine, eine Zweite. Es war mindestens ein Jahr Pause dazwischen. Ja. Aber zweimal ähnliche Konstellation, Platz eins und zwei, beide jeweils auch noch einen schnellen Marathon hinten raufgelaufen. Und von daher natürlich 2019 deutlich überraschender nach der relativ langen Durststrecke. Und viele kennen die Geschichte darum, sicher lange überlegt, ob er überhaupt noch weitermachen soll und ein großer Befreiungsschlag. Und ja, dass man an so einen Ort dann gern auch wieder zurückkehrt, ist unverständlich. Ja, total. Also war auch, finde ich, einer der Triathlon-Momente letztes Jahr. Also schon ja ganz früh und tatsächlich auch ja wirklich überraschend. Also auch für ihn überraschend. Das war wirklich sowas für die Kategorie Comeback des Jahres eigentlich, ne? Und dann war es so, ja eigentlich die beiden ja, ne? Also das war ja letztes Jahr der Punkt. Beide ja sehr verletzt gewesen und Verletzungen gehabt, die einen auch wirklich, ja so richtig lang rausgeworfen haben. Und dann musst du erst mal gucken, ob du das überhaupt noch wieder auf die Kette kriegst. Aber das finde ich bei Nils Frommold eh immer, ne? Der stand ja schon so oft in seiner Karriere an Punkten, wo er eigentlich, ja, sehr präsent war und sehr gut war und der auch schon große Erfolge errungen hat, ne? Rot-Sieger, Hawaii schon Top-10 gewesen, sechster Platz, glaube ich, bestes Ergebnis. Direkt im ersten Jahr beim ersten Hawaii-Start. Und es sah ja auch dann schon öfter so aus, als wenn man sagen könnte, irgendwie so, ja, da kann aber auch noch was nach oben gehen. Das ist noch nicht Ende der Fahnenstange. Und dann immer wieder Verletzungen rausgeworfen oder auch in den Rennen auf Hawaii, wo er ja eigentlich auch wieder gut dabei war, beim Radfahren gut dabei gewesen und dann wieder raus. Und wieder Probleme mit der Achillescene. Ja, häufig halt der Klassiker, also Probleme beim Laufen halt, ne? Also das war ja immer so, dass man sagen konnte, Schwimmen und Radfahren wirklich auch immer ganz vorne dabei. Und dann habe ich auch zu ihm selbst gesagt, dass es dann irgendwie so diese Wundertüte gewesen über ein oder sogar zwei Jahre, von der er manchmal dann auch selbst nicht wusste, was er erwarten kann. Und ja, sind wir gespannt. Vielleicht reicht es dann ja in Südafrika zu Platz 1, das wäre ja... Ja, also... Vielleicht haben die intern auch noch einen Austausch irgendwie, dass er bannen, ey, du hast doch jetzt schon einen Slot, weil jetzt... Ja, aber er hat ja gefragt, ob er nicht Bock hat, nochmal zu kommen in den Post, also von daher, vielleicht zieht ihn das ja auch hoch, das ist doch gut. Ja, warten wir mal ab, welche Konstellation sich da ergibt. Wir haben sonst, was so die Szene angibt, Ergebnisse vom Wochenende, wir haben eine Vorschau, wir haben Infos vom tatsächlich Coronavirus, die sich jetzt mittlerweile bis zum Triathlon und auch noch in andere Ausdauersportarten auswirken. Dazu kommen wir gleich vorher. Einmal noch unseren Präsenter von dieser Woche, der auch mit uns insofern zu tun hat, dass wir schon angekündigt haben, am 25.02. wird es eine Live-Folge von unserem Podcast geben in Hamburg bei Trionic. Und, ähm, ja, wer aus Norddeutschland kommt oder auch gern aus Süddeutschland kommen will, Eintritt kostet 10 Euro und wird komplett zu 100% gespendet für einen guten Zweck, für die Stiftung Mittagskinder. Und, ähm, genau, diese Folge wird dementsprechend auch präsentiert von Trionic. Und Trionic ist ein Triathlon-Fachgeschäft in Hamburg und berät seit diesem Jahr schon mittlerweile seit 10 Jahren Ausdauersportler in den Bereichen Schwimmen, Radfahren, Laufen und Triathlon. Und, äh, der Service und das Produktangebot von Trionic ist umfassend und wird das ganze Jahr über auch noch ergänzt von Trainingsangeboten, Vorträgen und Workshops. Also, es ist nicht nur ein Laden, sondern bietet auch noch Aktionen an. Und, äh, ja, aufgrund des 10-jährigen Jubiläums wird es, äh, eine große Aktionswoche geben. Die endet am 7. März und, äh, damit am 7. März auch mit der Saisoneröffnung im Store hier in Hamburg. Und in dem Zusammenhang wird es viele Specials und Verlosungen geben in dieser Aktionswoche. Und, ja, als Hauptpreis kann man unter anderem ein Rennrad von Scott gewinnen oder eine Garmin 4Runner 945 im Bundle. Dementsprechend, ja, attraktive Preise auch dabei. Wir werden dann am 25.02. bei Trionic sein, freuen uns über jeden, der kommt oder uns dann auch zuhört. Und wer sich das Ganze mal anschauen will, auf trionic.de, wir verlinken das auch. Und wichtig dabei ist Trionic mit K, denn ansonsten landet man bei Rollatoren für Jugendliche oder junge Erwachsene. Und, äh, ja, dementsprechend wollen wir hoffen, dass das von uns erstmal keiner braucht. So ist es. Deswegen mit K schreiben und, äh, beim Angebot für Ausdauersportler landen. Äh, genau. Ja, soweit dazu. Ich würde sagen, wir machen weiter mit den Ergebnissen vom Wochenende. Ja. Das war jetzt, äh, noch nicht so viel, wie wir es irgendwann dann ab Frühjahr, April oder Sommer sowieso nicht gewöhnt sind. Aber es gab so ein paar bunte Sachen. Es gab einmal den Isra-Man. Ja. Über, ja, zwei Distanzen. Einmal die Halbdistanz, einmal die Langdistanz. Und, ähm, ja, das Besondere dabei, sag ich mal insofern, das ist halt kein Rennen, wo man sagt, okay, das ist eine ganz krasse Startliste und, äh, um die Siege streiten sich da immer die weltbesten Triathleten. Also so ist es nicht. Es ist ein hartes Rennen. Es ist bei Age-Groopern, die mal was erleben wollen, auch ein beliebtes Rennen. Es ist eine Chance, früh im Jahr, im Januar, äh, sowas mal zu machen. So viele Angebote gibt's da nun mal auch noch nicht. Und eben trotzdem auch ein elitisches Startfeld für Profis mit im Angebot. Wir haben im Vorfeld jetzt drüber gesprochen, letzte Woche, äh, Nikola Spirik hat angekündigt, dass sie dabei ist. Ähm, das Rennen gehört zur Spirit Triathlon Series, wo Nikola Spirik auch mit, äh, drinhängt, sag ich mal. Und dementsprechend ist es aus der Perspektive eigentlich kein großes Wunder, dass sie da mitmacht. Aber auch, äh, aufgrund dessen nicht, weil ja wieder olympische Spiele sind und sie ja schon 2016 erfolgreich sich unter anderem mit Mitteldistanzen für die olympischen Spiele vorbereitet hat. Ähm, ja, fängt damit an und, äh, war damit auch erfolgreich. Also hat das Rennen gewonnen. Und, äh, ja, eigentlich muss man sagen, erwartungsgemäß, weil, ja, also, wie schon, wie schon erwähnt, die ganz große Konkurrenz kommt da nicht. Und wenn wir von Nikola Spirik reden, dann, äh, ist das ja schon gerade auf, auf der Kurzdistanz, aber auch dann mit ihren Erfolgen auf der Mitteldistanz, eine Athletin, die wirklich sehr weit vorne einzuordnen ist. Ähm, Platz zwei ging an Katharina Groman, also eine Deutsche auf Platz zwei. Ähm, da war aber der zeitliche Abstand schon wirklich extrem. Also die Siegerzeit von Nikola Spirik war vier Stunden 47 und Katharina Groman auf Platz zwei, fünf Stunden 23. Also das war schon ein relativ dickes Polster. Und, äh, auf Platz drei war Haras Mazar aus Israel. Ähm, ja, und da war das quasi am Ende noch ein Sprint-Finish um Platz zwei und drei. Vier Sekunden haben die beiden getrennt. Oh Gott, und das nach so einem Rennen irgendwie, weil das ist ja wirklich ein einziges Rennen. Ich weiß ja, als ob es eins der härtesten ist, aber es ist auf jeden Fall ein richtig, richtig hartes Rennen. Ja, gerade auf der Radstrecke, so mit den Steigungen und auch windig und so. Und das Laufen ist doch, glaube ich, die Besonderheit, ähm, dass es so lang bergab geht, ne? Meine ich. Ja. Das ist auch nochmal so ein, also es ist so ein... Wenn die Strecke noch so ist dann, ja. Das wäre doch was für dich, Simon. Das ist doch deine, deine Spezialität. Also, falls jemand mal Simon, äh, ne, sich mit ihm anlegen will, dann, äh, lieber nicht bergab. Da gibt er immer richtig Gas. Ja, bergab laufen musste ich mir antrainieren, weil ich's, äh, auf die harte Tour gelernt hab. Ja. Also ich war ja mal, äh, um das einmal kurz, äh, bevor nur wieder rüber lachen, können wir auch alle kurz Anteil daran haben lassen, äh, ich bin mal gelaufen 2015 bei einem Silvesterlauf. Und kannte dann die anderen und wusste eigentlich, da sind schon echt einige dabei, die sind schneller als ich. Und dann waren wir nach anderthalb Kilometern alle noch zusammen. Und ich dachte so, Mensch, da scheint's aber echt einen guten Tag zu haben. Und dann war eben so eine ganz steile Bergabpassage und das war so ein Crosslauf, Cross Silvesterlauf. Und dann ging's runter und da sind zwei losgeschossen und ich hab mich gefragt, wie man so schnell die Beine bewegen kann. Und dann waren die weg und ich hab's ja auch an dem Tag nicht wiedergesehen. Und das war der Moment, wo ich gesagt hab, das muss ich trainieren. Und dann hab ich das trainiert und mittlerweile ist es bei mir wirklich so, dass ich, äh, dass ich das so mache. Und ich wurde darin auch bestärkt, als ich ein ganz bekanntes und beliebtes Buch allerdings in Amerika gelesen hab. Das ist, äh, Running with the Buffalos. Das ist eine, ein, ein Buch über eine Cross-Country-Saison mit, äh, dem Team von Colorado in den 80ern. Ähm, und da ist es auch, da wird das ganz detailliert beschrieben. Das Buch kann ich echt nur jedem Ausdauersportler wärmstens ans Herz legen. Ist wirklich ganz, ganz großartig. Und, ähm, da wird eben auch gesagt, dass so die, die Taktik, die man eigentlich fahren muss, ist, halt berghoch nicht Gas zu geben. Du musst berghoch so laufen, als wenn es viel zu, also, dich viel zu wenig anstrengt. Und dann musst du halt, also nicht hoch Laktat anhäufen und ballern und runter halt nur austraben lassen, sondern berghoch vorsichtig sein, vielleicht dann auch die Meter und die Sekunden verlieren, aber bergrunter nicht nur auslaufen lassen, sondern drücken. Und das musst du halt trainieren. Und da holst du dann die meiste Zeit raus. Und, äh, das hab ich dann irgendwann versucht, erst mal zu trainieren und zu verinnerlichen. Und, äh, ja, also seit so ein paar Jahren klappt das dann auch ganz gut. So. Und, äh, von daher gebe ich dir absolut recht. Also, ähm. Service-Element abgehakt hier. Ja, ja, ja. Service-Podcast. Genau, sollte ich, sollte ich mir vielleicht mal überlegen. Ja, aber auch, äh, Empfehlung für jeden Bergablaufen bei Gelegenheit vielleicht mal bewusst zu trainieren. Kann helfen. Äh, genau, bei den Männern gegen der Sieg an, äh, Diego von Loy. Äh, das ist ein ehemaliger Duathlet, ein Belgier, der extrem fürs, äh, Laufen bekannt ist, aber auch stark Rad fährt, äh, sehr Probleme im Schwimmen hat. Da reden wir dann so von Langdistanzergebnissen, wo er wirklich jetzt, sag ich mal, vorsichtig nur im Bereich sich von 56 bis 58 Minuten bewegt hat, so in den letzten ein, zwei Jahren. Äh, jemand, der extrem viel Potenzial auch noch hat. Ich war mit ihm mal zur gleichen Zeit, äh, im Trainingslager auf Mallorca, hab ihn dann schwimmen sehen und da hat man dann echt schon gemerkt, mit Schwimmencoach an der Seite bei jeder Einheit, der hat da richtig, der weiß, wo seine Schwäche ist und, äh, arbeitet da auch wirklich dran. Potenzial. Ja, total. Und, ähm, deswegen kann, also bei dem kann man echt gespannt sein, wenn der so in den nächsten ein, zwei Jahren noch einen Sprung machen kann. Es gibt nicht viele, die so auf Mittel- und Langdistanz, ähm, das Niveau haben, abgesehen von jetzt den Weltklasseathleten, aber das ist schon auch ein, ein echt starker Athlet. Ähm, ja, dahinter wurde so von den, von den Namen, da kennt man wahrscheinlich niemanden mehr, ähm, Erik Simon Strieg aus, ist ein Niederländer, sieben Minuten Rückstand und, ähm, ein Einheimischer auf Platz drei beim Isra-Man, Rohe Zouartres. Noch nie gehört, äh, kann man, glaube ich, auch nicht, nicht verlangen, also, ich hab auch noch mal versucht zu googeln, da findet man auch sonst irgendwie keine, keinen anderen großen Erfolge, also, der ist nicht irgendwie vorher untergegangen. Da muss man fairerweise sagen, beim Frauenrennen waren beispielsweise auch nur fünf Athletinnen am Start, also, ähm, es ist lobenswert, äh, dass man so ein Rennen dann auch noch mit, unter Profis und Age-Groopern aufteilt, aber, wie schon gesagt, also, die meisten Profis sind gerade irgendwie im Trainingslager, bereiten sich vor, dementsprechend sind die Startfelder auch relativ dünn noch besetzt. Aber bei Nicola Spiric immer interessant, ne, wenn sie diesen Weg geht, ähm, äh, vor Olympia, weil sie dann ja auch automatisch irgendwie auch vorne immer mitspielt oder, oder auch gewinnt. Ja, ich bin, ich bin vor allem jetzt gespannt, ob das, ähm, dieses Mal wieder eine ähnliche Taktik wird wie 2016 oder ob sie das jetzt im Januar gemacht hat, weil sie auch irgendwie Teil der Rennserie ist und jetzt beginnt die Vorbereitung und das war's dann damit. Oder ob sie jetzt dann konsequent sagt, ähm, sie hat das verbunden, weil sie die gleiche Philosophie auch immer noch hat und das hat, das hat reingepasst oder eben genau umgekehrt. So ein bisschen wie Flora Duffy und Henry Schumann jetzt mit ihren 70-3-Starts zu sagen, okay, Anfang des Jahres kann man das nochmal machen und jetzt Kurzdistanzvorbereitung und dann geht das nicht mehr. Ob sie eher den Weg jetzt einschlägt und sagt, okay, das war eine Ausnahme oder eben sagt, okay, ich mach's wieder so, weil hat sich bewährt und für mich funktioniert's. 2016 ist sie auf Mallorca gestartet, glaube ich, ne? Mhm, genau, ja. Schlimmer Regenwettkampf, das weiß ich noch. Du warst da, ne? Ja, ich hab da fotografiert, genau. Ist da nicht eine Kamera noch kaputt gegangen? Ja, total abgesorgen. Ja, das war wirklich, das waren krasse Bilder. Ja, das. Also vielleicht hören ja auch gerade ein paar zu, die da am Start waren oder zuschauen. Also da ist wirklich, ich war nicht dort, aber das, was du dann erzählt hast und die Bilder, die man gesehen hat, das war nichts. Ja, das ist irgendwie, Frank hat das immer parat, weil er da auch gestartet ist, ist irgendwie die Regenmenge des ganzen Jahres quasi so an einem Tag gefallen fast. Ja. Also es war, die Wechselzone stand unter Wasser irgendwie 20 Zentimeter teilweise. Ähm, ja, war spektakulär. Ja, da ging's ab. Also wer gedacht hat, ich mach mal im Frühjahr ein schönes, einen schönen Frühjahrs, äh, 73. Das will man doch auch keinem wünschen, oder? Also gerade die Abfahrt, also Klosterjug, wo gefahren wird, das ist doch... Ja, es war, war sportlich. Boah, nee. Das weiß ich nicht noch. Ja, jetzt fällt's mir wieder ein. Sie ist dann nämlich, glaube ich, mit so, ähm, war das Nikola Spierig? Mit so, äh, so Küchenhandschuhen gefahren quasi so, weil einfach die halt irgendwie... Ich erinnere mich. Ja. Und, äh, ja. Und auf einem normalen Rennrad auch. Ja, Triathlon-Hacks. Um das durchzuziehen, ja. Volle, volle. Ja, und dann haben wir noch, äh, für klassisch Triathlon war's das jetzt quasi sogar. Okay. Feierabend. Wir haben noch was aus dem Bereich des Duatlons, ähm, und das ist eigentlich auch nur so im Bereich von Trainings- und Testwettkampf einzuordnen, obwohl es die portugiesische, also nationale Meisterschaft im Duatlon war. Duatlon-Kurzdistanz, also es waren dann 5,15 Kilometer laufen, 18,7 Radfahren und danach 2,5 Kilometer laufen. Und, äh, ja, gab's einen prominenten Sieger bei den Männern, Christian Blumfeld ist gestartet. Ja. Ja, im, wie schon gesagt, im Rahmen eines Test- oder Trainingswettkampfs. Ähm, die Norweger sind gerade mit dem Nachwuchs zusammen als große Gruppe drei Wochen im Trainingslager in Portugal. Und das war eben genau da in dem, in dem Ort, wo sie gerade trainieren. haben dann teilgenommen und das Interessante ist, dass, äh, die beiden, ja, temporären Trainingspartner von, äh, Christian Blumfeld und Gustav Iden in dem Fall, Kaspar Stornes, äh, ist ja noch beim Einstieg, weil er sich ja den Zeh gebrochen hat und, äh, läuft noch nicht so viel. Die haben auch mitgemacht und das sind wirklich, äh, sehr, sehr starke Athleten. Also, um mal eine Einordnung zu geben, ähm, die sind die ersten fünf Kilometer, also es waren ein bisschen mehr als, als fünf, fünf Kilometer, aber die ersten fünf davon, wenn man sich die Aufzeichnung alle mal anschaut, ähm, sind die unter 14,40 losgelaufen. Also, äh, kann man schon fast nicht mehr von Trainingswettkampf sprechen, weil so viel schneller könnten sie das eigentlich, glaube ich, auch gar nicht. Das ist ja nur eine Meisterschaft. Ja, klar, aber das ist so. Ob die dann auch gesagt haben, so, ach, nein, ach, komm, was will er denn jetzt hier? Ja, aber das ist das Witzige. Nee, deswegen meine ich ja, die, die, die haben ja die Woche vorher schon jeden Tag zusammen trainiert, also die wussten, dass sie da auch irgendwie gegeneinander starten und das Absurde ist ja, die machen alle keinen Hehl aus ihren Trainingsaufzeichnungen, das kann man ja alles bei Strava einsehen und die haben halt wirklich, das ist echt das Beispiel, so viele sagen dann immer, ich bin nicht ausgeruht und so weiter und da siehst du halt, die haben in der Woche davor über 30 Stunden trainiert, die hatten sowohl beim Laufen als auch beim Radfahren jeweils zwei Intervalleinheiten in der Woche vorher in den Beinen und haben das dann einfach mal so mitgenommen, also Tag vorher auch irgendwie sechs Kilometer geschwommen, zweieinhalb Stunden Rad gefahren, gelaufen und dann am nächsten Tag den Wettkampf einfach mal, um zu schauen, was so geht und dafür sind die Splits schon wirklich sehr beeindruckend, also für die, äh, für die 5,15 Kilometer war das dann eine Zeit letztendlich von 15.07 und dann zusammen Rad gefahren, dann ist das Trio um Christian Blumfeld und dann, wie man ihn ausspricht, Henji Nene, das ist ein Japaner, den auch nicht so viele kennen und Miguel Hidalgo, das ist ein Brasilianer, also es ist auch eigentlich kurios, dass die zusammen mit den Norwegern in Portugal trainieren, was aber vielleicht dann einige wissen, die das so ein bisschen verfolgen, ähm, die waren auch schon dabei mit der gesamten japanischen Nationalmannschaft, als sie beispielsweise im Höhentrainingslager in Frankreich waren, also das machen die häufiger mal, dass die sich abstimmen untereinander und die Teams dann miteinander trainieren und davon profitieren, weil, ähm, die haben tatsächlich gerade so beim Laufen ein ähnliches Leistungsvermögen, die, ähm, reißen dann schon die Einheiten zusammen ab, also was die da so gemacht haben, in den Tagen vorher zwölfmal einen Kilometer gelaufen und dann so irgendwie drei davon um die 2.40, äh, das war schon wirklich, äh, ganz krass, Christian Blumfeld, äh, hat sich wohl dreimal übergeben und ist einmal auf Klo gerannt, nicht weil er, äh, sich übergeben musste, sondern die andere Möglichkeit, die man dann noch, äh, so haben kann mit machen Problem bei einer harten Intervalleinheit, also die schenken sich da gerade nichts, die sind, äh, vollkommen im Olympia-Jahr angekommen, äh, und dann gab's einmal eine Laufentscheidung beim zweiten Lauf zwischen den dreien, die da auch schon seit, äh, zwei Wochen, äh, miteinander trainieren, äh, Christian Blumfeld hat das Ding dann relativ knapp entschieden mit drei Sekunden Vorsprung und, äh, eine Endzeit von 50 Minuten 18 Sekunden, äh, äh, vor dem Japaner und, äh, der Brasilianer, äh, hatte 24 Sekunden Rückstand im Ziel, ähm, ja, spannende Sache, also finde ich, finde ich auch verblüffend, wie schnell, ähm, da mittlerweile, oder von der Leistungsdichte Kurzdistanzler, die vom Namen her wirklich niemandem was sagen, das kann ich glaube ich so sagen, weil die kennt man höchstens, äh, wenn man das bei den Norwegern so ein bisschen verfolgt und dann teilweise sieht, wer da mittrainiert und mitläuft, aber die kennt man weder aufgrund von irgendwelchen Erfolgen, noch, äh, weil sie sonst einem anderen großen Team oder so zugehören und dass da vier Leute in dem Fall in der Lage sind, ähm, einfach mal bei einem Duatlon die ersten fünf Kilometer unter 14,40 zu laufen, ähm, das ist schon eine Ansage, also. Ja, es ist fast, ja, es ist das, was wir auch immer wieder feststellen, das ist fast ein bisschen gemein, ne, dass so diese, dass, dass die Leistung, wenn dann einer als Fünfzehnter oder so reinkommt, irgendwie so, ne, irgendwie immer noch mega, mega, mega schön ist. Es ist so ein brutales Niveau, also, das muss man sich echt mal, und das hat auch dann überhaupt nichts damit zu tun, dass das irgendwie, dass man da irgendwie eingebrochen wäre oder so, ne, das ist immer noch so hoch, aber es geht fast unter, wenn man nicht danach sucht und sagt irgendwie so, ja, hier und fürs Alter und so, ganz gut, aber, ähm, das ist echt brutal. Geh mal an einem, du kennst dich da besser aus, ist das so, dass die, ähm, weil du gesagt hast, deswegen nicht ausgeruht aus dem Training raus und Wettkampf, sind das dann noch Distanzen, die quasi für die immer gehen, quasi so, und dann, und dass es dann schon nicht mehr drauf ankommt eigentlich. Ja, also, ich würde, ich würde, ich würde das mal so einschätzen, dass es sind ja noch relativ dankbare Distanzen gewesen, also, dann bist du am Ende bei irgendwie ein bisschen mehr als siebeneinhalb Kilometer laufen und nicht mal zwanzig Kilometer Rad fahren und eine Gesamtbelastung von 50 Minuten, also, das ist ja immer noch im Bereich von, sag ich mal, einer Sprintdistanz, wo man ja auch weiß, so in der Saison, dass man da zwei Sprintdistanzen innerhalb von sieben Tagen machen muss, ist jetzt auch keine Seltenheit, sondern das ist einfach eine Normalität, so, für, für die Elite. Das können sie ab und, ja, genau, und, äh, unter dem Stern stand wahrscheinlich auch das Ganze, also, da ging es ja weder darum, irgendwie jetzt einen Titel zu gewinnen, ähm, sondern einfach mal auch im Wissen, dass die anderen dabei sind, dass es auch Leute sind, mit denen man zusammen trainiert, äh, unter den Bedingungen mal zu schauen, wo steht man denn und, äh, dann auch mal so ein bisschen zu testen und ich glaube, das ist, ähm, damit sind die schon sehr zufrieden, also, das wäre, bin ich ganz ehrlich, das wäre auch absolut was, was ich denen zugetraut hätte, aber das aus der Gesamtbelastung, wenn man weiß, die waren davor schon zwei Wochen im Trainingslager, ähm, das mal einfach so zu machen und raus zu schütteln und wie man sie halt kennt, dann am nächsten Tag auch einfach weiter zu machen, also, die waren am nächsten Morgen dann auch wieder im Pool und sind sechs Kilometer geschwommen, sondern es ist halt nicht so, die, die machen das und, äh, reißen da was ab und lehnen sich dann erstmal zurück, sondern das ist schon wirklich, das wirklich Beachtliche ist, wie oft man das so reproduzieren kann und wie schnell man sich von solchen Leistungen dann auch erholt, auch wenn es eine relativ kurze Dauer ist, aber es ist schon immer wieder für, für die, oder für, für uns, sag ich mal, alle ganz egal, mit welchem Niveau, ähm, der, oder jeder, der weiß, wie weh mal so eine harte Intervalleinheit auch nur tut und was man davon, wenn man sich ein bisschen überzockt oder so, noch ein, zwei Tage davon haben kann, ähm, es ist natürlich unvorstellbar, dass man sowas dann einfach mal in eine 35-40-Stunden-Woche integriert und das trotzdem noch auf dem Niveau abrufen kann, also, ja, da kann man schon gespannt sein, was, äh, was da dieses Jahr kommt, aus ganz vielen Lagern, die gerade alle unterwegs sind. Ja, die stehen ja alle nicht still, ne? Nee, nee. Von daher? Ja, nicht mehr lang, bald ist auch schon wieder gefühlt Abu Dhabi, das erste Aufeinandertal. Karten auf dem Tisch, ja. So, damit, äh, sind wir im Radsport angekommen. Ja, genau. Wir haben's ja quasi angekündigt, schon bevor's offiziell war, dass wir das gehört hatten, aus der einen oder anderen Ecke von unseren Informanten, äh, dass Cameron Wolfe, äh, bei dem besagten Rennen, äh, über das wir auch schon gesprochen haben, Cattle Evans Ocean Race in Australien, äh, starten wird fürs Team Ineos, äh, drei Tage später wurde dann auch offiziell bekannt gegeben, er ist jetzt Teil vom Team Ineos, ist bei dem Rennen gestartet, äh, das eigentlich Erstaunliche kommt, kommt gleich erst, aber vielleicht können wir das auch nochmal so ein bisschen einordnen, jetzt wo es offiziell ist, also ich fand, ich find es eigentlich wenig überraschend, ehrlich gesagt, also... Dass er das macht? Ja, ja. Ja, weiß nicht, ob, ob das jetzt, ob er das jetzt so langfristig auf dem Plan gehabt hat? Nee, aber ich, ähm, also, oder um es einmal klarzustellen, ich fand's wenig überraschend, dass er bei dem Angebot diesen Schritt geht. Ja, so, ja. Also, dass er quasi sagt, er ist bereit, das zu machen, ähm, obwohl er ja sonst immer ganz klar gesagt hat, sein, die oberste Priorität ist eigentlich Hawaii zu gewinnen, so, das hat er ja seit zwei Jahren eigentlich schon ganz, ganz offen gesagt, dass es in den Jahren nur darum gehen wird, sich so weiter zu entwickeln, dass er die Leistungsfähigkeit erreicht, um das zu schaffen. Auch seine Aussage zum Beispiel bei den Radstreckenrekorden waren ja immer so, das ist schön und gut, so, aber ich will das Rennen gewinnen. Also, ich will nicht der sein, der hierher kommt und, äh, der schnellste auf dem Rad ist und dann eingesammelt wird, sondern, wenn ich den Rekord breche auf dem Rad, bedeutet mir auch nur eigentlich was, wenn ich am Ende als Erster durchs Ziel laufe. Also, so, ganz klare Zielsetzungen und man sollte ja eigentlich meinen, dass er sich jetzt mit dem Schritt, ähm, quasi mehr in den Radsport investieren zu müssen und auch weniger Triathlon-Wettkämpfe machen zu können, ähm, so ein bisschen weiter davon entfernt. Aber, da bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Ja, das ist natürlich echt so ein bisschen, also, vor allen Dingen, ähm, wenn man jetzt mal den Kalender von ihm kennen würde, das weiß man ja auch noch nicht so genau, ob, was, was er, was er sich jetzt so vorgenommen hat. Aber das ist halt auch das Ding, er muss ja nicht mehr. So, 70-3-WM interessiert ihn überhaupt nicht. Für ihn geht's nur um Kona und er ist qualifiziert. Ja, klar. Und, ähm, das gibt ihm natürlich auch irgendwie die Freiheit und, ähm, ich hab da auch nochmal geguckt, also, für, für den, für den Radsport war das halt jetzt ein echt großes Ding, ne? Ja, also, so alle, alle Portale und so weiter, auch in Australien, wo er, wo er herkommt, ähm, total alle in Aufruhr und bemüht, irgendwie ein Interview von ihm zu kriegen und, äh, eine Aussage, was denn nun der Plan ist, wie es dazu kam. Und, äh, das hab ich mir dann auch nochmal durchgelesen und angehört und, ähm, da hat er gesagt, eigentlich ist das Ganze ab 2017 entstanden. Er ist ja ein guter Freund von Richie Port durch die Radsportzeit und hat mit ihm trainiert und Richie Port hat dann wohl irgendwann mal gesagt, äh, zu damals dann Tim Karrison, hat dann erzählt, was für ein guter Trainingspartner Cameron Wolfe wäre. Und, äh, der wurde dann irgendwie hellhörig und hat ihn dann quasi mal engagiert für ein Trainingslager, um mit Chris Froome zu trainieren. Also, Richie Port hat dann wohl erzählt, ja, das ist halt der Typ, mit dem kann man halt die 250 Kilometer mit Intervallen da durchballern, aufnehmen, also, der, der kann das ab und der kann das auch irgendwie, äh, wegstecken, das für irgendwie in einem Trainingslager zwei Wochen durchzuziehen. Dann hat Tim Karrison gesagt, alles klar, ähm, dann fahr doch mal mit, äh, mit Chris Froome ins Trainingslager und trainier zehn Tage mit dem. Und so fing das eigentlich an. Dann war er Trainingspartner unter anderem von Chris Froome, da gibt's noch die schöne Geschichte, die er mir auch mal in Rot erzählt. Hat, als ich ihn getroffen hab. Wo bist du? Als er, als er, als er dann einmal zwischen seinen, äh, beiden Langdistanzen innerhalb von einer Woche zwischen, äh, Nizza und, äh, Rot, ähm, noch im Kurztrainingslager mit Team Sky damals war, in den Alpen. Und dann noch in der Woche zwischen zwei Langdistanzen irgendwie 200er gefahren ist. Ja. Ähm, und mir dann auch noch erzählt hat, als ich ihn getroffen hab, es war dann so, Tim Karrison hielt's für eine gute Idee, weil er ja wusste, 2017 war ja schon die Zeit, als Cameron Wolfe eher Triathlon gemacht hat. Oder Triathlon gemacht hat, ähm, aber nicht mehr als Radsportler in dem Sinne aktiv war, ähm, dass er meinte, ja, okay, dann läuft der Chris jetzt einfach mal mit dir mit. Und dann sind die nach dem Radfahren alle zusammen einen Halbmarathon gelaufen. Und Chris Froome konnte zweieinhalb Tage irgendwie nicht mehr vernünftig gehen, so hat das aber dann mit Cameron Wolfe durchgezogen. Und, ähm, ja, so, so war dann irgendwie der Anfang und seitdem, als, äh, er sich dann erwiesen hat als geeigneter Trainingspartner, halt auch für die GC-Fahrer letztendlich in dem Team, also, da kann ja auch nicht jeder, jeder aus dem Team mitfahren. Also, die machen ja nicht alle die gleichen Trainingseinheiten und Cameron Wolfe war halt jemand, den kannst du das alles fahren lassen. Also, wenn die dann wirklich, wenn dann Jaron Thomas oder Chris Froome eine harte Trainingseinheit auf dem Programm hatten, da war so ein Cameron Wolfe immer jemand, das ist zwar der Triathlet, aber den schickst du dann mal mit. Der fährt das dann mit und dann wird das für die quasi einfacher dadurch. Und letztendlich ist er ja deswegen immer auch dabei geblieben und das hat ihm natürlich auch was gebracht fürs Radfahren. Ja, klar. Und, äh, den Fahrern aus dem Team tatsächlich auch. Also, es war ja nun nicht so, das darf man sich nicht so vorstellen, als wenn Cameron Wolfe jetzt immer dabei gewesen wäre und da mitfährt, damit er möglichst gut irgendwie fürs Radfahren im Triathlon trainiert, sondern das Team damals Sky oder Team Ineos hat schon damals von ihm auch profitiert. Also, die haben das schon so gesehen und das hat Tim Karrison auch ganz offen so gesagt und das ist ja auch die Art und Weise, wie sie jetzt das auch kommuniziert haben durch die Flexibilität und durch, ähm, also die Flexibilität bei den möglichen Einsätzen, die Cameron Wolfe jetzt auch machen kann, einfach weil er schon für Hawaii qualifiziert ist. Er ist erst nicht verpflichtet, als Triathlet irgendwelche Rennen zu machen, äh, macht ihn natürlich auch als Fahrer insofern attraktiv, dass er jetzt nicht mehr eben nur mittrainiert und die gleichen Sponsoren seit Jahren ja auch sowieso schon hat mit Pinarello, mit Kask, mit, äh, Castelli, mit Physik. Das war ja alles schon das Gleiche und zusammen im Trainingslager und so weiter, sondern das jetzt quasi auch offiziell zu machen. Und, ähm, ja, zustande gekommen ist das Ganze ja eigentlich nur durch den, äh, Abgang von Kirienkov und, äh, Kirienka und, äh, der mit 38 aufgehört hat und dann gesagt wurde so, wenn du jetzt mit uns mittrainierst, äh, dann kannst du ja eigentlich auch gleich die Rennen fahren, bevor wir jetzt einen anderen Fahrer verpflichten müssen irgendwie. Ähm, ich glaube jetzt weniger, dass da für die großen, ähm, für die großen Worldtours da irgendwie geholt wird und, ähm, dass er dann nochmal eine Chance hat, vielleicht die Tour zu fahren. Ähm, er hat in einem, äh, Interview sogar gesagt, also die Tour ist natürlich das einzig große, was ihm irgendwie fehlt. Er war bei Olympia, er war auf Hawaii, ähm, das wäre jetzt so das Puzzleteil um seinen, den großen Traum irgendwie von ihm auch. Der Weltmeister ist auch noch nicht, das kann er vielleicht, das fehlt ihm vielleicht noch. Ja gut, ich glaube Rugby ist noch groß in Australien, aber, nee, aber du weißt ja, was ich meine, also für die Möglichkeiten, die, die er hat, ähm, aber ich glaube, das ist nicht unbedingt realistisch. Also vielleicht, da können wir ja den Kreis einmal schließen, um auf das Rennen selbst zu kommen, auch da war ja quasi, war seine Aufgabe jetzt am Wochenende Tempo zu machen und seine Aussage nach dem Wettkampf vielleicht nehmen wir es einmal vorne weg, äh, stand ein DNF da, also er ist nicht ins Ziel gekommen. Ähm, ja, er hat das Tempo gemacht und seine Aussage war, ab Kilometer fünf war eigentlich schon am Anschlag. Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass das, äh, dass das genau sein Ding war. Einmal komplett alles auseinandernehmen, das war ja der Plan irgendwie bei, ähm, bei Seitenwinden und so weiter, das Feld quasi zu zerreißen, weil sie keinen Sprinter, äh, dabei hatten und dann, um, um dann halt eben zu sagen, okay, wir haben nur eine Chance, wenn das, wenn die ganzen Sprintertypen, äh, wenn wir die loswerden und, ähm, ja, und das, das, äh, äh, das kostet natürlich. Und da war es aber natürlich, wen könntest du da Besseren geben als so einen Verrückten, den du einfach losfahren lassen kannst und sagst, mach mal, fahr mal, quasi alle kaputt. Ja. Und dann ist es natürlich auch im Rassport so, also das ist auch, ähm, ich hab jetzt die Strecke nicht angeguckt, aber ich meine, am Ende gibt es, äh, gibt es Runden, die dann noch gefahren werden. Ja. Und da, äh, da steigen die, steigt man da noch aus, wenn man nichts mehr damit zu tun hat, fährt man da jetzt nicht einfach weiter noch zehnmal um die Stadt, sondern das machen dann nur die, die dann wirklich vorne um den Sieg, äh, äh, kämpfen. Ja. Aber sein Arbeitstag war dann ja noch nicht vorbei. Ja, genau, dann gab's nämlich, äh, und das ist nämlich das eigentlich Verblüffende, worauf ich dann hinaus wollte am Anfang, warum ich glaube, dass ihm das Ganze vielleicht auch noch was für ein Triathlon bringen kann, weil er verschiebt seine Prioritäten eigentlich nicht dadurch. Er hat danach, nach diesen erst 140 Kilometer gefahren, glaube ich, von den 171 und danach tauchte dann einige Stunden später noch eine Strava-Aktivität nach dem Rennen auf, die dann hieß Punishment for DNF. Und dann ist er, dann ist er 29 Kilometer gelaufen, als Koppellauf, nicht mit Pause, sondern direkt nach dem Rennen. Also, es war wirklich so, ich kann mir das so richtig vorstellen, der war einfach blau, hat sein Rad abgestellt, hat dann irgendwie eine Coke getrunken und dann stand dann Tim Karrus und da, ja, Junge, lauf Schuhe an und dann jetzt sie zu. Hat er ja auch geschrieben, er hat gesagt, es passte ganz gut, dass es so weit, äh, so weit weg war, weil, weil sein Coach eh, für den Laufen eh erst ab Halbmarathon anfängt, also von daher, ähm, ja, auf geht's. Ja, unfassbar. Und, äh, dann am Abend, äh, hat er kurz irgendwie eine Stunde was gesnackt und dann abends ist er noch 5 Kilometer geschwommen, bevor es dann in den Flieger ging. Ja. Also, die anderen sind dann 30 Kilometer mehr gefahren und vielleicht noch um eine Platzierung am Ende, er ist nicht in der Zeit, die war natürlich dann auch früher fertig, aber er ist danach noch 29 gelaufen und 5 geschwommen. Der Typ ist echt eisern. Also, das dann da so durchzuziehen und sich nicht darauf auszuruhen, also der Witter fehlt. Was wird denn jetzt aus seiner Schwimmkarriere? Er wollte doch Schwimmer werden. Er wollte, er wollte Freiwasserschwimmer werden, zu Olympia wird's wahrscheinlich auch nicht mehr reichen dieses Jahr, aber, äh, wenn man Teammitglied bei Ineos ist, äh, dann ist das, glaube ich, auch nicht so wichtig. Ja, ich glaube, das, äh, spielt für ihn, glaube ich, auch nochmal eine Rolle, ne, das ist ja jetzt nicht irgendein Trikot, was er da überziehen konnte, sondern Teil dieses Teams zu sein. Ja, also, ich kann das auch schon gut nachvollziehen, wenn da so eine Aussage von ihm kommt, dass es halt so der, äh, auch das Erreichen ist, auf was er eigentlich so am meisten stolz ist, sodass man, dass er vom weltbesten Radteam, ähm, oder dass er jetzt zum weltbesten Radteam gehört. Und, ähm, das darf man ja echt dabei nicht vergessen, ganz egal, welche Rennen er jetzt machen wird oder nicht machen wird, ähm, das ist natürlich schon ein Ritterschlag, ne, also, dass du dann nicht nur der bist, der die ganze Zeit da wie ein Bekloppter mittrainierst und das auch, äh, so wie die anderen stemmen kannst, sondern, ja, er ist halt jetzt wirklich dabei. Also, er fährt Worldtour-Rennen, das ist schon was anderes, als dann nur mitzutrainieren. Ähm, können wir gespannt sein, bei welchen Rennen wir ihn noch sehen. Immer wieder für Geschichten gut. Ich meine, dann verletze ich halt so einen Chris Froome auch mal, oder da ist hier mal, ich meine, da kann immer mal was passieren, also, nicht, dass er jetzt einen Chris Froome ersetzen würde, damit meine ich nur, wenn noch zwei, drei Fahrer ausfallen würden, dann gibt's da vielleicht doch noch mal Engpässe und wenn's dann heißt, so Cameron, wie wär's denn mal mit, mit dem Fahren durch Frankreich? Ja, aber ich, ja, ähm, warten wir es ab. Glaube ich noch nicht wirklich, aber das wäre natürlich eine überragende Geschichte. Ja, so viel dazu, zu dem, was am Wochenende an Sport stattgefunden hat, mit, im Triathlon oder mit Triathlon Bezug. Ja, vorhin ja sagen, war ja noch ein bisschen Sport. Ja, kommen wir, wo, wie machen, wie machen wir die Überleitung? Wir haben am Ende noch eine Vorschau, vielleicht kommen wir zu einem Rennen, was jetzt gerade mehr oder weniger läuft. Noch nicht die sportliche Aktivität, aber das ganze Projekt, nämlich Project Iceman. Ja, das haben wir in der aktuellen Ausgabe auch schon mal als Thema gehabt, beziehungsweise vorgestellt, worum's da gehen soll und, äh, ja, Iceman, man kann's schon erahnen, angelehnt an Ironman, äh, es handelt sich dabei nicht nur um irgendeinen Triathlon, sondern auch um eine Triathlon-Langdistanz, also, die besagten 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Rad fahren und Marathon laufen. Ja, und wer das jetzt in Verbindung mit Ice bringt, kann schon erahnen, worum's geht, äh, der Däne Anders Hofmann möchte eine Langdistanz in der Antarktis machen. Für sich selbst. Genau, für sich selbst, ohne Wettkampf, ohne Konkurrenten und das Ganze heißt Project Iceman und das ist geknüpft an eine Expedition, die insgesamt einen zeitlichen Rahmen hat von 38 bis 42 Tage. Und diese Expedition inklusive des Rennens halt dann in der Mitte, ähm, ist gestartet am 2. Februar, also vor zwei Tagen. Und, äh, ja, dann mit, äh, ich glaub 35 Gepäckstücke sind's, über 400 Kilo insgesamt, die haben, das soll eine Dokumentation werden, die haben ein Kamerateam dabei, die haben Fotografen dabei, die haben, äh, einen Führer vor Ort dabei in der Antarktis, der auch, äh, die, die Strecke für die freigibt und, äh, da dann quasi das abnimmt, dass die sich in dem Rahmen bewegen, wie sie's dürfen und, äh, die Expedition dann mit denen auch durchführt. Und, äh, ja, die sind jetzt geflogen nach Buenos Aires und fahren mit dem Schiff jetzt weiter und sind jetzt irgendwie schon zwei Tage unterwegs und, äh, auch noch längst nicht angekommen, aber, ja, das ist quasi der ganze zeitliche Rahmen. Anreisen, alles vorbereiten, dann die, die Langdistanz und Abreisen, das Ganze innerhalb von maximal 42 Tagen. Und, äh, ja, zu dem Sportlichen als solches, ähm, das ist schon hart. Also... Ja, vielleicht. Nein, also, äh, ist unvorstellbar für mich allein das Schwimmen. Also... Wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, was wir für das härteste halten. Ich, ich hab fast so, ich hab sogar das Radfahren getippt. Also, für mich ist die Vorstellung fast, weil ich denk mir halt beim Schwimmen, es ist schneller vorbei und Leute, die das machen, man muss dazu sagen, er hat alles drei getrennt voneinander, auch schon gemacht, bei solchen Bedingungen und eine Mitteldistanz völlig im Schnee und im Eis, äh, hat er auch schon gemacht. Also, auch bei vergleichbaren Bedingungen, aber halt nacheinander noch nicht. Und ich denk mir halt beim Schwimmen, wer das so sieht, also, es ist auch ein ganz, äh, großes Projekt, äh, auf Social Media, ähm, Instagram und Facebook mit irgendwie 50.000 Followern auch, also, groß aufgezogen und, äh, sieht man auch, wie er dann trainiert in der Eistonne und so weiter und da weiß man halt, was auf einen zukommt und er darf auch zum Beispiel dann Kopfbedeckung tragen beim Schwimmen, äh, also kompletten Anzug, der einmal rübergeht und auch, ähm, über Hände und über Füße, was sonst bei einem normalen Triathlon nicht erlaubt wäre, ähm. Ähm, das macht er alles, aber ich, ich denk mir halt, einmal von der Zeit ist das relativ kurz und, ähm, du kannst dich, also, es ist nicht mehr das gleiche Empfinden wie wir, wenn wir jetzt daran denken, dass wir irgendwie bei Minusgraden irgendwo reinspringen oder beim Anbaden oder so für ein paar Sekunden, ähm, klar, dass man sich darin bewegen muss, macht das natürlich noch viel, viel extremer, als nur auch eine Zeit in irgendwas verweilen zu müssen, also, das Vorwärtskommen diesen, also, dass man vorwärtskommen muss, eine Distanz bewältigen muss, aber ich find das halt so extrem, dass er 180 Kilometer über Eis und durch Schnee mit einem Mountainbike absolvieren muss, in dem Wissen, er wird quasi wahrscheinlich alle paar Minuten auch umfallen. Also, das tut dann auch nicht weh, das ist ja nicht wie ein Unfall, weil, weil, er ist sowieso nicht schnell unterwegs, aber das ist halt eben der Punkt, also, der wird so viele Stunden für diese Radfahrt brauchen, das kenne ich aber, das ist kein Problem. Ja, aber ich mein, ich musste, ich musste nur daran denken, auch wenn ich bekennender Rollenfahrer bin, immer, wenn ich im Winter mal draußen irgendwie mit einem Mountainbike am Kanal oder so gefahren bin und das dann mal minus drei Grad waren, ich glaub, das war so mit das Kälteste, wo ich mich mal rausgetraut hab, wenn einem dann, obwohl man dann Fellsohlen und so weiter und Socken, alles, was man hat, wenn einem erstmal kalt wird, das ist ganz schwierig, dass einem dann einmal wieder warm wird und es ist einfach extrem unangenehm und ich mein, dann fährt man vielleicht zwei, drei, dreieinhalb Stunden, aber dann fährt man nicht, ich weiß nicht, was er am Ende da stehen haben wird, zwölf Stunden vielleicht und danach musst du halt noch einen Marathon laufen, Schrägstrich, ich hab kein Wort dafür, das ist ja auch nicht mehr richtig laufen, das ist ja durch Schnee stapfen eigentlich. Aber der wird ja auch dementsprechend die Bekleidung anhaben, der sitzt ja nicht mit normalen Radlamotten auf dem Rad, das würde gar nicht gehen und beim Schwimmen ja auch nicht. Aber ich denke mir, allein irgendwie, weißt du, was ich, wenn man beim Norseman oder so sieht, wie die aus dem Fjord kommen und das ist, keine Ahnung, lass es zwölf Grad haben, das Wasser, oder manchmal auch elf oder zehn, wenn es ganz schlimm wird, glaube ich, aber da hier geht es um den Gefrierpunkt, also das ist quasi tödlich, wenn du da reinfällst ohne irgendwas, dann bist du in ein paar Minuten hin. Und da sich so lange dann doch drin aufzuhalten, finde ich, also da hat man alles hintereinander danach noch dann sich die Radfahrt anzutun und vor allem auch noch allein, also der ist halt ganz allein da. Naja, der hat schon seine Crew dann. Ja, aber du hast keine Motivation im Sinne von irgendwie anderen Konkurrenten, du kannst dich an keinem anderen hochziehen, da sind keine Zuschauer oder so, die dir dann, also du hast wirklich so keine Angelpunkte, die du an einer normalen Strecke hättest, irgendwie Hotspots, so für die Leute willst du nochmal gut aussehen oder so. Ja, aber der weiß, wie viele Leute dem auf den Social Media Kanälen zugucken, also der hat schon Motivation, das Ding durchzuziehen. Aber ich bin sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt, was der am Ende darüber sagt, also was so aus seiner Art und Weise war, sich zu motivieren. Also ob es dann wirklich genau das ist, dass er weiß, wie viele ihn da verfolgen und dass er ihn das auch in den Momenten hochziehen kann. Aber ich glaube, das ist ein ganz spannendes Projekt. Wer sich das mal angucken will, kann das, wie gesagt, auf Social Media tun, Instagram oder Facebook unter dem Namen Project Iceman. Und zur Einordnung, wenn wir von der sportlichen Leistungsfähigkeit reden, der besagte Anders Hofmann hat den Ironman Kopenhagen mal in 10 Stunden 16 gemacht. Ich glaube 2016 und 2018 den Ironman 73 Elsinöhr in Dänemark in 4 Stunden 47, wenn ich mich nicht täusche. Nee, 42 Stunden. Er selbst spricht von sich halt so, dass er ein total durchschnittlicher Typ ist und will halt auch damit ja beweisen oder zeigen, dass man sich Ziele setzen kann, die auch unrealistisch erscheinen und dass man vieles schaffen kann, wenn man dran glaubt. Darauf wollte ich nämlich hinaus. Er ist ein guter Sportler und das sind auch durchaus beachtliche Zeiten. Aber er ist jetzt kein, er kratzt jetzt nicht am Dasein zum Triathlon-Profi und ist deutlich fitter als irgendwie alle anderen und man muss dann schon mal der Ausnahmesportler sein, um das überhaupt machen zu können. Weil das ist ja einmal seine Hauptaussage, die er damit auch irgendwie verbreiten will. Und dann geht es glaube ich auch darum, dass sie extra reisen bis in die Antarktis, um auf die Wetterextreme auch aufmerksam zu machen. Irgendwie auf eine gewisse Art und Weise habe ich da gesehen. Deswegen mal gucken, wie das wird, wenn es rum ist. Mal gucken, ob wir dann auch die Gelegenheit haben, mal die Doku zu schauen. Und ja, ich bin gespannt, was wir danach dann sagen. Oder ob wir die Chance haben, mit ihm auch mal zu sprechen. Ganz neue Möglichkeiten, wenn man auf einmal in solchen Regionen Triathlon machen will. Ja, wir bleiben dran und verfolgen das weiter. Ja, springen wir mal von der Kälte zur Hitze. Es gibt nämlich jemanden, von wegen hier Hawaii ist nur einmal im Jahr oder wie dieser Song da geht. Für Lionel Sanders ist Kona schon im Januar. Ja. Der meint das jetzt richtig ernst. Also jetzt von hier ein bisschen ungeplant und das eine Ausprobieren und das nächste Ausprobieren ist jetzt erstmal vorbei bei ihm. Der ist gerade oder ich weiß nicht, ob er jetzt schon mittlerweile, wenn wir das aufnehmen und das gehört wird, auf dem Rückweg ist. Aber der war für, ich glaube, es waren anderthalb Wochen in Kona. So, das ist es. Anderethalb oder zwei Wochen. Und ja, das nicht nur, weil er Langeweile hat, sondern weil er sich, so macht das den Eindruck, da werden bestimmt auch noch Videos kommen, in denen er das ausführlich erklärt. Man hat das einiges nur über Social Media Post gesehen oder so einen Teaser-Ausschnitt. Ja, letztendlich Ziel ist, sich so akribisch wie bisher nur möglich gewesen für ihn auf den Ironman Hawaii 2020 letztendlich vorzubereiten. Ja. Und ein großer Aspekt davon war, Schweißtests zu machen, damit er seine Verpflegung anpassen kann. Der Faktor, von dem er ja sagt, dass er ihm gerade jetzt 2019 so das Genick gebrochen hat, weil er sich darüber viel zu wenig Gedanken gemacht hat. Und ja, so ein bisschen das, wofür Lionel Sanders auch steht. So die Gegensätze. 2018 hat er groß verkündet, er will 22 Liter Gatorade trinken. Und 2019 nach dem Rennen sagt er, ja, ich wollte irgendwie trinken, wenn ich Durst bekomme. Ja. Und er ist irgendwie nach hinten losgegangen. Also, ja, und jetzt scheint er irgendwie das Mittelmaß gefunden zu haben. Arbeitet ja auch wieder mit seinem Coach zusammen, der vielleicht dann ja auch gesagt hat, hey, das wäre vielleicht ganz sinnvoll, wenn wir das machen, weil er hat nun mal das Potenzial, auch Hawaii unter Umständen gewinnen zu können. Und das muss dann eben auch alles passen. Und ja, der macht jetzt ernst. Ich finde das so witzig, der ist halt wirklich dieser All-In-Typ, ne? Ja, voll. Jetzt sagt er auf einmal so, wenn ich jetzt schon Tests mache, dann will ich auch alles machen, ne? Ja, dann auch gleich auch Hawaii. Und Ernährung und genau, und unter Rennbedingungen, obwohl ja Rennbedingungen, hat er gesagt, sind es nicht ganz, aber ja, aber auch dann allein in der ganzen Geschichte da. Aber auch cool zu sehen immer, ne? Ich meine, wir, für uns ist halt Hawaii nur einmal im Jahr und dann eben auch zu einem ganz anderen Zeitpunkt und wie das dann jetzt auch da ist, wenn der ganze Triathlon-Hype da halt einfach nicht stattfindet, ne? Das ist schon so ein bisschen Next Level. Also, ich meine, der erste Schritt war ja von den Athleten, die sich das dann einmal auch leisten konnten und für die es dann auch offensichtlich um den Sieg ging. Sebastian Kienle war ja auch immer jemand, der fünf Wochen vorher teilweise schon da war und viel Wert darauf gelegt hat, zu einer Zeit da zu trainieren, als noch nicht so viel da los war. Und dann auch damals noch immer mit Lubosch dabei und die wichtigen Einheiten und den letzten wichtigen Trainingsblock dann schon auf Hawaii beziehungsweise in Kona dann direkt gemacht zu haben. Und ja, jetzt ist es schon nicht mehr nur so, dass rechtzeitig angereist wird, um sich anzupassen, sondern dass erstmal, um das Training in den Monaten davor darauf abstimmen zu können und die Ernährung und alles langfristige, sich aufbauen zu können, dass da im Januar hingeflogen wird. Und wer weiß, also vielleicht ist Lionel Sanders da auch Trendsetter und irgendwer kommt so auf die Idee, vielleicht ist das gar nicht so doof. Also, gerade vielleicht von den Amerikanern, die es wie gesagt nicht ganz so weit haben, wo das deutlich weniger Aufwand ist, als wenn jetzt irgendjemand von den Europäern sagt, wir machen das mal. Bin ich gespannt. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen, aber... Terenzo Bozzoni ist auch oft da gewesen zu trainieren, ne? Ja, der ist im, ich glaube, der musste ja seinen Start absagen 2019, war aber dann im August oder so da. Also, als dann, der hat das schon mal gemacht, um da quasi das Trainingslager zu machen. Das gab es ja auch schon mal, aber das einfach mit so viel Vorlauf, also quasi vor der Saison, bevor eigentlich das erste Rennen irgendwie kommt, und dass man dann schon erste Datenpunkte einholt und ich weiß nicht, ich habe es jetzt noch nicht verfolgt oder Lionel Sanders hat es ja noch nicht in der Tiefe erklärt. Vielleicht macht er das auch noch ein zweites Mal. Ich habe mich schon gefragt, ob er es vielleicht jetzt auch gemacht hat, weil er quasi jetzt noch ja, er hat ja bis ganz spät Rennen gemacht jetzt noch und Daytona ja auch noch und so, dass er gesagt hat, er will jetzt quasi noch in einer richtig guten Form mal einmal diese Schweißtests machen und so weiter, weil vielleicht hat das auch, jetzt bin ich da nicht wissenschaftlicher genug oder auch gar nicht, ob das einen Einfluss hat. Irgendwie, ob dein Fitnesslevel quasi das auch beeinflusst, irgendwie dann, wie du das produzierst, dass er quasi jetzt noch mal Daten da sammelt oder so. Ja, deswegen habe ich mich auch gefragt, ob er vielleicht nicht das auch noch ein zweites Mal macht. Also, nach seinem ersten großen, er muss sich ja auch noch qualifizieren, vielleicht macht er dann ein Rennen und wenn er dann halbwegs regeneriert ist, dass er dann noch mal, wenn er weiß, Hawaii-Quali ist eingetütet, dann macht er noch mal eben einen Blog vielleicht dann auch gekoppelt mit dem Training auf Hawaii und ähnliche Tests, um dann noch mal detailliert nach einem halben Jahr oder so zu gucken, was hat sich getan, müssen wir noch mal was anpassen. Wie du schon gesagt hast, alles oder nichts. Also, ich könnte mir gut vorstellen, dass das dazu gehört, dass es jetzt nicht einfach das einzige Mal ist mit irgendwie einem Dreivierteljahr vorher, sondern dass das vielleicht noch mal gemacht wird. Ja, ist spannend, bei ihm zu gucken, definitiv, weil er auch, das ist bei ihm auch so krass, wie er vom absoluten Top-Favoriten irgendwie schon wieder fast in der Versenkung verschwunden ist. Und da darf man jetzt echt gespannt sein, wie seine Saison verläuft, wenn er gut durchkommt und richtig gute Rennen hat. Ja, ich meine, das ist ja echt kein Geheimnis, dass er das Potenzial mitbringt. Er muss das halt alles, alle Faktoren am Tag auf die Kette kriegen. Also, gerade bei der langen Distanz, Mitteldistanz ist ja eigentlich immer ein Brett, wenn er in Form ist. Aber gerade, dass so Leute wie Frodeno oder auch Kienle ja gesagt haben, vor dem Ironman Hawaii 2019, sie denken, dass Lionel Sanders das beste Rennen seines Lebens macht auf der langen Distanz so ungefähr. Gut, jetzt lagen sie da letztendlich daneben. Aber das zeigt ja auch, dass alle ihn auf dem Schirm haben. Also, dass er an Stellenwert bei der Konkurrenz jedenfalls auch nicht verloren hat, weil alle ganz genau wissen, was er kann. Ja, wer das zusammenbringt. Genau, das wird natürlich spannend sein. Auch bei ihm interessant, wo er seine Quali machen wird. Ja, aber der ist ja auch so ein Vielreiser. Der ist ja immer irgendwie auch auf mehreren Kontinenten unterwegs. Ja, aber schon lange nicht mehr in Europa. War ja mal in Wiesbaden. Ja, da hat er das Radfahren gelernt. Hat er auf die Nase gekriegt. Kann ich mich noch erinnern. Von Boris, von Andi. Ja, total. Er hat irgendwie danach einen Blog-Eintrag geschrieben. Und er hat gesagt, okay, der erste Plan war beim Radfahren Gas geben. Irgendwie so. Zweiter Plan war am Hinterrad von Boris Stein bleiben. Erste Abfahrt irgendwie überleben. So nach dem Motto. Ja, genau. Laut weiß ich nicht mehr. Aber er hat gesagt, irgendwie so, ja, auf einmal waren alle weg. Und ihm war nicht klar, dass Radfahren bergauf und vor allen Dingen bergab was anderes ist, als auf der Rolle zu sitzen. So ja, das war der alte Lionel Sender. Ja, es ist so großartig. Also wer irgendwann mal ganz viel Langeweile hat oder das Phänomen schafft, beim Rollefahren oder so auch noch lesen zu können. Die alten Blog-Einträge von Lionel Sender sind pures Gold. Ja. Es ist wirklich, es ist überragend. Also Videos haben auch ihren Charme und das zu sehen und gerade wie es produziert ist, wenn es aufwendig und gut gemacht ist. Aber also das hat auch, hat er immer noch eine ganz, ganz eigene persönliche Note. Ja, weil er seine Lernkurve halt ganz unerbittlich niederschreibt einfach. Man kann einfach sehen, irgendwie so, oh ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Sagt, voll auf die Schnauze gefallen. Nee, doch nicht. Er hat halt auch einfach immer, so wie er in den Videos ja auch ist, einfach so ehrlich und nichts beschönigt, sondern einfach das auch in der Lage gewesen, immer das so in Worte zu packen, dass es sehr unterhaltsam war. Ja, das war schon immer gut. Ja, soviel zu Lionel Senders und Wetterextrem von Kälte bis Hitze. Ja, machen wir mal weiter mit dem Coronavirus. Ja. Wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen und auch nochmal geguckt, was für Ausmaße das direkt im Sportbezug haben könnte. Und ja, jetzt hat es einmal die Leichtathletik extrem erwischt, den Ausdauersport an sich und auch tatsächlich den Triathlon. Womit fangen wir an? Ich würde mal sagen, mit der größten Meldung, sage ich mal davon, mit der Leichtathletik-WM. Ja. Die wäre theoretisch Ende März, jetzt 2020 gewesen, in China. Und da wurde jetzt letzte Woche noch bekannt gegeben, dass die verschoben wird und quasi eigentlich ein Jahr weiter wandert und zu einem ähnlichen Jahreszeitpunkt stattfinden wird, aber 2021. Wobei ich glaube, dass noch nicht ganz klar ist, ob der Zeitpunkt der gleiche sein wird, da haben sie jetzt noch nichts gesagt. Ja, es gab so Äußerungen. Gleiche Location auf jeden Fall. Ja, genau, dass man das einfach dann ein Jahr nach hinten verschiebt. Also das ist jetzt noch nicht, der Termin ist noch nicht beschlossen. Es wurde nur gesagt 2021, wobei gerade bei Halle natürlich naheliegend ist, dass sich das in dem Bereich bewegen wird. Und ja, aber schon wirklich eine ziemlich krasse Maßnahme, die es glaube ich so in der Form auch noch nicht gegeben hat. Also einfach mal sozusagen um ein Jahr. Also wir finden nicht nur den Ersatz und vielleicht um da den Bogen einmal zu spannen. Beim Skifahren ist es jetzt auch so gewesen, dass ein Event verschoben wurde, also abgesagt wurde in China und stattdessen jetzt in Österreich stattgefunden hat. Okay. Und da wurde eben noch eine Lösung gefunden. Also da wurde gesagt, okay, kriegen wir das irgendwie hin, dass es an einer anderen Location stattfindet. Und das war halt hier jetzt logistisch auch dann eben mit dem kurzen Vorlauf auch nicht mehr möglich, dass dann eben gesagt werden musste, okay, wir belassen das bei mit der Location, aber gehen dann halt ein Jahr nach hinten. Das ist schon wirklich krass. Ich glaube, die wollen halt auch die Austragungsorte auch nicht den Boden unter den Füßen wegziehen, die sich ja vielleicht noch lange darauf vorbereitet haben. Und ja, da viel Energie drin steckt und die können ja jetzt letztendlich nichts dafür. Und ich glaube, es musste einfach auch eine superschnelle Entscheidung her. Ich glaube, die Verbände haben auch da mitgewirkt und gesagt, ja, wir müssen eine Entscheidung haben, ob wir da hin müssen oder nicht. Ja, aber ich meine, das bringt halt einmal die Planung jetzt von vielen Leichtathleten im Olympia-Jahr auch durcheinander. Einfach, weil das so wahrscheinlich der erste Härtetest und das erste große Highlight, natürlich nicht ansatzweise so groß wie Olympia, aber doch schon mit einem Stellenwert, das ist immer eine Weltmeisterschaft oder wäre eine Weltmeisterschaft gewesen. Ja, die gibt es jetzt einfach nicht. Da muss man jetzt irgendwie drumherum planen, ob man andere Wettkämpfe findet, ob man dann einfach gar keinen Wettkampf macht. Aber auf der anderen Seite, wenn da was passiert wäre, hätte man quasi die ganzen Leichtathletik-Events, mehr oder weniger jetzt natürlich, aber für Tokio auch vergessen können, weil wenn das erstmal da ausbricht und also selbst wenn dann nichts Schlimmes, sage ich mal, passiert, das will ich damit jetzt gar nicht sagen, sondern einfach jeder weiß ja irgendwie, was ansatzweise in dem Aufwand für eine olympische Vorbereitung drin steckt. Also wenn du dann einfach mal für vier, sechs, acht Wochen raus bist und dann hast du ja schon, also dann lief das ja relativ glimpflich noch, dann bist du quasi schon, hast du quasi nichts mehr zu melden. Und das wäre ja schon eine Katastrophe gewesen, wenn nur irgendwie in der Richtung was passiert wäre. Also von daher denke ich mal auf jeden Fall Nummer sicher die richtige Entscheidung. Und ja, sonst wäre das natürlich, wobei man weiß ja auch noch nicht, wie das jetzt vor Tokio weitergeht überhaupt. Aber da dann irgendwie ein unnötiges Risiko einzugehen, wäre wahrscheinlich in keinem Interesse gewesen. Ja, genau, den Bogen zum Triathlon. Wir haben nämlich festgestellt, dass es war unter anderem jetzt in unserem jetzigen Magazin, haben wir es angekündigt, es wurde vermeldet von Challenge als eins der neuen Rennen jetzt für dieses Jahr, nämlich die Challenge Wuhan, sollte eigentlich stattfinden am 24. Mai zum ersten Mal. Wir wurden auch mehrmals gefragt, was denn mit dem Rennen ist, ob wir irgendwas wissen. Und ja, haben eben auch natürlich aufgrund der Anfragen und aus dem Interesse, was denn nun in dem Ort, der quasi der Ausbruchsherd vom Coronavirus war, jetzt passieren wird, geschaut, wie es um die Challenge Wuhan steht. Und der erste Schritt war, dass auf der Website kein genaues Datum mehr zu finden war. Also es war dann nicht mehr der 24. Mai, sondern es stand da nur noch Mai. Und das war wahrscheinlich dann einfach nur der Vorschritt zu dem, was jetzt passiert ist, nämlich jetzt steht da mittlerweile Oktober 2020 drin. Sprich, die haben sich jetzt auch frühzeitig, ganz egal wie es jetzt in den nächsten Wochen weitergeht, dazu entschieden, den Wettkampf zu verschieben. Ja, ich meine, es ist schon krass, wie das durchschlägt auf alles. Ich meine, alles andere wäre ja auch nicht machbar. Also sowas kannst du ja nicht kurzfristige Wettkampf absagen. Das gibt es in anderen Ländern auch. Aber ja, das ist ja auch konsequent letztendlich. Muss man mal gucken, wie es weitergeht. Das ist ja auch alles in der Schwebe. Ja, letzte Woche, am Donnerstag war es, hat die WHO, was ist die offizielle Bezeichnung dafür, ist es ein Notstand ausgerufen? Ja, den genauen Begriff weiß ich nicht, aber so, ja, dass es eine bedrohliche Lage ist. Genau, international, also sprich, so ist die Einordnung auch von der Seite. Und so erstaunlicher finde ich das aus Japan sofort natürlich, klar, was soll man es auch anders sagen, ist kein Problem, auf Olympia hat das alles gar keinen Einfluss und alles läuft wie gehabt und alles passiert. Ja, kann man sagen, kann man aber, wenn man ehrlich ist, auch nicht wirklich wissen. Deswegen meinte ich ja auch gerade, also mal sehen, was das überhaupt für Auswirkungen auf Tokio auch hat oder haben kann. Also nicht nur im Sinne von vielleicht auch Athleten, die aus dem asiatischen Raum eventuell infiziert sind zu dem Zeitpunkt, sondern auch die Veranstaltung auch als solches. Also ich glaube, das bleibt auch noch abzuwarten. Drücken wir einfach mal die Daumen, dass es einfach von alleine erledigt ist. Von alleine nicht, aber dass es sich eindämmen lässt. Ja, dass es nicht dabei bleibt. Aber um das nochmal abzuschließen, weil neben dem Skifahren, dem Triathlon und der Leichtathletik-WM gibt es auch noch einen anderen Umstand, der jetzt aufgrund dessen in China eingesetzt hat, nämlich dass die nationale Anti-Doping-Agentur gesagt hat, dass erstmal bis auf Weiteres die Kontrollen ausgesetzt werden in China. Es sollen keine Kontrollen mehr stattfinden, einfach weil die allgemeine Gesundheit wichtiger ist und sie damit verhindern wollen, dass nun mal Sportler und Kontrolleure, die beide viel Kontakt mit Menschen haben, wer die Bilder gesehen hat in den Nachrichten, dass es mittlerweile da ein Zustand, dass es mehr oder weniger eine Geisterstadt ist. Also es wird auch geraten, da sich so weit es geht zu Hause zu verschanzen und Kontakt mit niemandem zu haben. Und dass da eben auch gesagt wird, okay, also wir versuchen... Das ist ein bisschen absurd auch, wenn da der Doping-Kontrolleur klingelt. Auf der anderen Seite haben wir uns auch heute schon gleich gefragt, irgendwie so, wenn du irgendwie sagst, ach so ja, übrigens, bis auf Weiteres wird erstmal nicht mehr kontrolliert, ist es irgendwie ja auch... Freifahrtschein. Ja. Ja, also mein Argument, als wir darüber gesprochen haben, war ja auch, warum muss man das bekannt geben? Warum kann man nicht einfach sagen, intern, wir lassen, bis wir wissen, wie die Situation weitergeht, einfach die Kontrollen aus, aber wir sagen niemandem mehr was davon. Also ich meine, es ist ja nun auch... Da ist es ja auch nicht so, ach, jeden Montag um 17 Uhr wird Athlet XY kontrolliert, so, haha, darauf kann sich auch jeder einstellen, so wird es da auch nicht sein. Das heißt, man weiß nicht, wann man kontrolliert wird, das ist ja Sinn der Sache. Dann könnte man ja einfach sagen, gut, wir machen jetzt dann erstmal für vier, sechs, acht Wochen keine Kontrollen, aber davon muss ja niemand was erfahren. Dann werden die halt nicht kontrolliert, aber in dem, also das quasi so offen zu legen... Man könnte aber einfach sagen, es ist transparent. Natürlich. Also einfach nicht zu kontrollieren, wäre halt, und dann am Ende zu sagen, so, ja, wir haben aber auch nicht kontrolliert, wenn wir ehrlich sind, wäre irgendwie auch blöd gewesen. Aber du könntest das so argumentieren. Also jetzt ist natürlich auch klar, sie wollen signalisieren, die allgemeine Gesundheit, so und das Wohl der Bevölkerung ist erstmal wichtiger. Das ist ja auch eine Aussage, aber letztendlich muss ja so eine Anti-Doping-Agentur in erster Linie den Zweck erfüllen. Und das tut sie ja wahrscheinlich mehr, wenn sie in dem Falle nicht äußert, dass keine Kontrollen stattfinden, als wenn sie die Kontrollen auslassen und sagen, zu Zeitpunkt X, wenn sich das alles geklärt hat, fangen wir wieder an. Aber so lange braucht erstmal niemand was davon wissen. Wir hatten die Thematik ja auch, wie oft Out-of-Competition-Kontrollen stattfinden im Triathlon oder generell bei der NADA oder bei der VADA, wie das gemischt ist. Was man so für eine Einschätzung haben muss, wie oft Athleten kontrolliert werden überhaupt und dann eben außerhalb von Wettkämpfen. Und da wäre es ja kein Wunder, wenn man mal sechs Wochen nicht kontrolliert wird. Ja, klar. Also da würde sich ja niemand wundern, aber jetzt weiß halt jeder, der Stand ist. Es wird gerade nicht. Hat bestimmt einen Grund, warum die es gemacht haben. Ja. Wir wissen es nicht, müssen wir zugeben. Genau. Ja, so viel jetzt zum Coronavirus. Wir hoffen, dass uns als Sport-Podcaster nicht noch weiter beschäftigen wird. Nee, das wäre gut. Ja, das wäre eine gute Meldung. Dann haben wir noch ein großes Thema, was wir eigentlich einleiten können mit Jan Frodeno. Wir haben letzte Woche über seine Schuhe gesprochen und spekuliert. Haben darauf auch verschiedene Rückmeldungen bekommen, auch aus dem Lager von Team Frodeno selbst und können deswegen, glaube ich, auch an der Stelle sagen, weil es kein Geheimnis ist, wir haben auch spekuliert über den Hashtag 3More, ob es denn jetzt drei Streifen mehr sind in Bezug auf Adidas, was natürlich sehr realistisch war bei anderen weiteren Triathleten wie Alistair Brownlee und Patrick Lange, die schon da sind. Dass ein Jan Frodeno dahin folgt, scheint ja sehr realistisch zu sein, wäre aber eine Möglichkeit gewesen. Naja, der ist ja auch im Team Verein mit Herrn Brownlee, also von daher, naja. Genau, aber das haben wir noch so als Möglichkeit in den Raum gestellt, wie realistisch das jetzt auch immer war. Oder war meine erste Idee drei Rennen noch, also drei Rennen mehr, sprich die Quali oder das Validierungsrennen Rot und Hawaii. Und jetzt wissen wir, drei mehr soll heißen, drei Konakronen mehr, sprich mindestens drei Jahre mehr. Ja, da ist der Triathlon-Virus nochmal ausgebrochen, auf jeden Fall, offensichtlich. Tom Brady is alive. Ja, total. Aber das ist echt faszinierend, wie das auch die Gemeinde bewegt irgendwie letztendlich. Also alle gucken drauf, alle spekulieren. Allein die Schuhwahl. Ich meine, letztendlich könnte man sagen, ja gut, der zieht sich Schuhe an und dann mal gucken. Aber das ist auf jeden Fall ein großes Thema. Ich bin mir sicher, wenn du die Facebook-Bilder von Jan Frodeno durchgehst, findest du auch Leute, die fragen, welche Unterwäsche trägst du da? Ja. Wobei, Unterwäsche weiß ich nicht, aber bestimmt sowas wie Sonnen oder keine Ahnung. Ich habe mal von einer Firma den Schlafanzug von Tom Brady zugeschickt gekriegt, der, der, kann sich da nachher erinnern. Ja. Wenn man den trägt, dann schläft man geschmeidiger. Wir nennen jetzt nicht die Marke. War ein guter Schlafanzug. Das kann ich, das kann ich durchaus dazu sagen, ja. Gut. Hab wirklich gut geschlafen. Ich spiele nicht besser Football dadurch, aber schlafen war wirklich gut. Das kann man so sagen, ja. Du spielst überhaupt nicht Football und das ist unverändert geblieben. Ja. Ja, gut. Ja, also soviel zu dem Hashtag Three More. Das heißt, wenn sich da nichts ändert, können wir uns auf mindestens drei weitere Jahre Jan Frodeno im Triathlon freuen. Ja. Das ist echt total spannend. Ich meine, klar, irgendwann kommt man in, gerade auch wie bei ihm, der alles gewonnen hat, irgendwann auch in ein Alter kommt, wo die Leute anfangen zu fragen, was glaubst du, wie lange machst du noch? Und so in den letzten Jahren war es tatsächlich immer so, dass er gesagt hat, so, ich weiß es noch nicht so genau, was ich mache. Ich mache mir da ehrlich gesagt keine Gedanken drüber. Also es war ja auch immer so der Stand, wir entscheiden das mehr oder weniger spontan. Wenn es soweit ist, dann wissen wir das schon und dann gucken wir mal. Aber es hat sich auch trotzdem so ein bisschen rauskristallisiert, dass, er hatte ja mal bei uns im Interview gesagt, wenn er gewonnen hätte das Jahr, dann wäre es für ihn das auf Hawaii gewesen. 2018. Das war der Stand zu dem Zeitpunkt, glaube ich. Und jetzt hat er dann ja auch gesagt, hat er ja schon klar gemacht, dass er nicht aufhört, auch nach Hawaii. Und es war auch schon so rauszuhören, nö, wir haben schon noch was vor. Also auch so, wir wollen noch nicht aufhören. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass auch jetzt irgendwie, ich glaube für Jan Frodeno ist es auch immer so, dass er sich an irgendwas hochhangeln muss und irgendwie sagen muss, ich kann das nicht einfach nur so deswegen machen, sondern ich muss irgendein Ziel haben, was ich verfolge, wo ich dann sagen kann, dem will ich nacheifern. Und ich glaube, nach dem Sieg dieses Jahr, letztes Jahr, war es tatsächlich so, dass er gesehen hat, so ich bin einfach so viel besser als alle anderen. Das will ich mal sehen, wie lange ich das auf dem Niveau halten kann. Ja, das glaube ich auch. Also wenn man das gesehen hat, hat er ja auch eigentlich sportlich gesehen keine Gründe dazu überlegen, ob er das noch kann. Also in das Zweifeln müsste er ja erstmal durch Resultate kommen. Also dass ihm die Leute näher kommen oder dass er halt sieht, oh okay, woran liegt das jetzt? Irgendwie habe ich jetzt gerade nur einen Tief oder was sind die Faktoren, dass auf einmal ich eventuell irgendwann auch kein Rennen mehr gewinne oder dass er irgendwann mal geschlagen wird. Da wird dann sicherlich erstmal analysiert, was da die Ursache für ist, aber da gebe ich dir völlig recht. Also jetzt gerade, wenn man sieht, man kann so dominant, dass das stärkste Feld des Jahres, was ja auf Hawaii immer ist, in die Schranken weisen mit Rekord und so dominant und quasi mit allen taktischen Komponenten, die man überhaupt da haben kann. Also da wirklich mit den Leuten teilweise auch spielt so ungefähr. Wenn man dazu in der Lage ist, dann ist das schon so dominant. Da würden, glaube ich, die wenigsten sagen, ach okay, bis hierhin und nicht weiter. Also auch wenn es ja immer heißt, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Aber das würde ich halt für den Sport auch nicht immer unterschreiben, weil es ist, glaube ich, genau das. Es ist halt der Anreiz zu gucken, wie weit kann man es bringen. Und das heißt wahrscheinlich jetzt nicht mehr so die absolute Performance, weil er hat ja schon gesagt, es war quasi das Rennen, nach dem man immer sucht, das Rennen, wo alles zusammenkommt. Das wird er vielleicht dann auch nicht nochmal erleben. Oder hat es jetzt raus und alle müssen Angst haben, weil er jetzt auch weiß, wie das geht und das nochmal reproduzieren kann. Aber es ist natürlich ein extrem schmaler Grad, zwischen dem Punkt zu finden und dann zu sagen, also das ist natürlich immer die Frage, willst du das erst noch erleben, willst du erst noch verlieren und willst du sehen, dass jemand an dir vorbeizieht? Aber das ist ja auch eine ganz persönliche Geschichte. Ich glaube auch, dass viele das auch verkraften können. Die könnten sagen, okay, wenn jetzt ein Jüngerer kommt oder wie auch immer, dem ich jetzt das dann quasi den Staffelstab übergebe. Aber ich glaube, was er nicht so gut verkraften könnte, wenn einer seiner aktuellen Konkurrenten ihn jetzt schlägt. Ich glaube, das ist ein Unterschied, ob er bei sowas nochmal schaffen würde, zurückzukommen. Also, oder was heißt zurückzukommen? Ich meine, klar, wenn man jetzt davon sprechen will, dass er so dominant ist, so wie Frank das mal gesagt hatte im Podcast, er verliert in seiner Karriere kein Rennen mehr. Also wenn das das Ziel ist, dann darf man sich halt keinen einzigen Fehltritt erlauben. Das ist natürlich klar. Aber wenn man mal irgendwie ein anderes... Wenn man sagen muss, fairerweise, das hat er nicht gesagt. Genau, genau. Sondern das ist einfach nur eine Spekulation sozusagen. Genau, aber ich einfach nur Bezug nehme auf das, was du sagst. Da gibt es, glaube ich, einen Unterschied zwischen irgendwie man verliert ein Rennen im Sinne von Bayern Frodeno, man wird auch Zweiter. Das wäre ja auch schon in dem Sinne eine Niederlage. Und man muss dann einsehen, okay, es gibt einfach jetzt mittlerweile Athleten, die besser sind. Oder es ist so dieses, ich finde einen anderen Grund und das nächste Rennen gewinne ich dann wieder. Möglicherweise auch gegen den Konkurrenten, der mich dieses Mal geschlagen hat. So, das ist ja wieder auch noch was anderes. Und ich glaube, das wäre eigentlich dann unproblematisch. Das wäre dann vielleicht noch so irgendwie so ein Weckruf oder so eine Motivation zu einem eventuell manchmal auch richtigen Zeitpunkt, damit man sich nicht zu sehr zurücklehnt. Die Frage ist ja immer, wenn man sich dann vornimmt, es soll das allerletzte Rennen der Karriere sein und bis dahin gewinnt man alles und dann wird man im letzten Rennen geschlagen. Das ist natürlich zum Beispiel ein ärgerlicher Umstand. Aber solange man immer noch die Möglichkeit hat, beim nächsten Rennen wieder zu gewinnen, glaube ich, ist das einfach nur eine Motivation. Also man kann ja nicht immer mit dem Anspruch daran gehen, irgendwie jetzt ungeschlagen zu sein. Das glaube ich nämlich auch. Ich glaube jetzt, also gerade wenn wir sagen, three more und drei Hawaii-Kronen dazu und man sagt aber auf dem Weg dahin, ist aber auch ganz klar im Plan oder ich bin, also das sind ja noch ein paar Rennen dann. Ja, das sind mindestens drei Jahre noch. Ja, und das ist schon eine ganze Menge. Und das würde bedeuten, er wäre dann der älteste Hawaii-Sieger aller Zeiten und er wäre auch dann auf einer Ebene bei den Rekordsiegern. Das ist total, genau. Ob das, also das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, wo ich mich gefragt habe, das war was, könnte ich mir vorstellen, was er glaube ich nie als Ziel mehr hatte, wo er gesagt hat, also jetzt, wenn man mal so zwei, drei Jahre zurückdenkt, glaube ich nicht, dass das was gewesen wäre, wo er gesagt hätte, auch nicht für sich ins Geheimen, das schaffe ich noch, die kriege ich noch. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil das so weit weg ist, aber vielleicht hat das jetzt den Umschwung gebracht, weil jetzt hat er die drei. Weißt du, was richtig, richtig geil ist? Das fällt mir jetzt gerade auf bei deiner Aussage. Es war, es gab mal beim Umstieg von Jan Frodeno auf die Langstrecke eine Aussage von Andreas Relat, der gesagt hat, Jan Frodeno hat das Potenzial jetzt, und dann hat er ihm, glaube ich, bis zum Karriereende sechs Jahre gegeben, wegen dem Sechs-Rekord und so weiter, sechsmal Hawaii zu gewinnen. Und dann wurde Andreas Relat darauf angesprochen, 2018, als Jan Frodeno quasi, also als klar war, er hat 2017 nicht gewonnen, 2018 tritt er gar nicht an, und dann wurde sogar gesagt, ja, sie haben ja mal gesagt, Jan Frodeno könnte dann locker sechsmal Hawaii gewinnen, das ist ja jetzt quasi nicht mehr so. Und dann hat Andreas Relat geschaut und hat gesagt, wieso? Wieso denn nicht? Ja gut, das ist ja auch Andreas Relat. Ja, ja, genau, natürlich passt es so, aber da musste ich gerade richtig dran denken, weil es jetzt genau das ist, es würde dann einfach bedeuten, jetzt ist es ja quasi mit der Aussage, es werden noch auf jeden Fall, oder das Ziel ist, noch dreimal Hawaii zu gewinnen, ist es ja genau dieses formulierte Ziel, wo dann nach 2018, wer da noch gesagt hätte, okay, nach 2018 viermal noch gewinnen, so, okay, genau. Ja, das meine ich ja, das war halt so gefühlt, und deswegen glaube ich auch, dass er da nicht dran gedacht hat, er war das weit weg, und, ah ja, aber vielleicht hat das jetzt den Umschwung gebracht. Und das ist natürlich ein Ziel, wenn es dann dann so ist, vielleicht kriegen wir ja wieder Nachrichten, ob wir da richtig liegen, ja, was einfach, ich meine, klar, wenn das tatsächlich jetzt das Ziel ist, dann ist es natürlich was, wo du dich hochziehen kannst. Ja, ich glaube auch, wir haben jetzt gesehen, was vom Mindset passieren kann, zwischen 2018 und 2019, im Sinne von, hätte ich 2018 gewonnen, hätte ich wahrscheinlich aufgehört, bis zu 2019 Sieg. Oder auf Hawaii aufgehört. Genau, auf Hawaii aufgehört, und bis 2019 Sieg, das quasi beste Rennen der Karriere, nach der eigenen Aussage, und dann die Motivation, noch dreimal gewinnen zu wollen, kann ich mir auch vorstellen, dass es Szenarien gibt, wo sich das auch innerhalb von einem Jahr nochmal verändert und dann eben gesagt wird, okay, also ein vierter Sieg ist auch gut. Oder auch nach dem fünften Sieg irgendwie. Ich glaube schon, das ist mit der Zeit, also wir reden ja von der Zeitspanne jetzt von drei Jahren und da passiert ja auch viel. Also klar, dass das Ziel so offen formuliert wird, ist schon mal, denke ich, ein großer Teil der Motivation für Jan Frodeno. und natürlich auch schön für die Szene irgendwie zu sehen. Schön für die Konkurrenz auch, ne? Auch das, ja. Aber... Also schön in Anführung, also in zwei, manch einer wird sich wahrscheinlich denken, irgendwie so, naja, wäre jetzt auch nicht unbedingt nicht so schlecht, wenn ich jetzt nicht immer gegen Jan Frodeno antreten müsste. Ja, ich kenne aber noch, welche, die sich da extrem freuen werden. Ja. Also einmal Lionel Sanders, der gesagt hat, er ist total froh, dass er die Chance hat, gegen Jan Frodeno anzutreten und nicht zu den Athleten in zehn Jahren gehört, bei denen es heißen wird, wenn ich damals die Chance hätte, gegen Jan Frodeno persönlich mal ein Rennen zu bestreiten, das war ja mal eine Aussage von ihm, wo man dann auch sagen muss, also er ist ja wirklich ein Typ, dem glaubt man das sofort. Also dem glaubt man sofort, der findet das einfach, für ihn gibt es nichts Größeres, als sich dann mit den Leuten zu messen. Und ähnliche Aussagen von Gustav Iden und Christian Blumfeld, die auch beide schon gesagt haben, so 73 WM auch schon vorm Rennen, als noch gar nicht klar war, wer gewinnt oder wer wie abschneidet, dass beide gesagt haben, das ist jetzt wirklich, das ist schon wirklich geil hier, aber noch besser wäre es, wenn Jan Frodeno auch hier wäre. So, wo du dann halt auch weißt, Das ist halt der Maßstab. Genau, wo du auch weißt, es gibt dann Athleten, die meinen das wirklich ernst. Also die gehen da nicht so ran, okay, Jan Frodeno ist nicht da, es ist potenziell ein Platz weiter vorne in der Ergebnisliste, sondern es ist dieses, ich glaube daran, dass ich gewinnen kann und dafür will ich auch Jan Frodeno schlagen. Also ich will das quasi nicht, ich will mir nicht nachsagen lassen, ich habe den Sieg nur, weil der nicht hier war. Ja. So, und da gibt es halt die Athleten, da weiß man sofort, okay, das ist für die definitiv auch die Motivation. Die haben natürlich jetzt noch ein paar Chancen mehr. Also könnte sich spannende Sachen. Wir haben noch ein bisschen was zu erzählen, das ist doch schön. Das ist wunderbar. Genau, und um da die Überleitung zu kriegen, zum letzten Thema diese Woche, bevor wir noch eine kurze Vorschau haben, wir haben über die Schuhe spekuliert und können jetzt sagen, Nike wird es nicht. Also ich habe schon mal nicht recht gehabt. Vielleicht doch Ryzen-Schuhe. Schuh einfach nur. Genau, Schuh. Wie bei Gel. Genau. Auf der Flasche. Es wird dann ein Schuh unkenntlich gemacht, komplett schwarz oder so, auch so, dass man es dann nicht erkennen kann, welches Modell. Und dann wird dann ein Schuh drauf gestickt. Nee, genau. Also von daher, das ist weiterhin offen. Und ja, aber was die Schuhe angeht generell, vor allem bei einer Leichtathletik gab es jetzt neue Infos, die viele auch gerade bei uns in der Facebook-Gruppe zu Carbon und Laktat diskutiert haben, als es dann hieß, immer in den Medien, oh, da wurde es ja immer aufbereitet, sinngemäß zum Nike-Schuhe, also zum Vaporfly, Next% und 4%, wo es dann hieß, der soll verboten werden oder wird geprüft und letztendlich war das ja auch so und das Ergebnis ist auch seit ein paar Tagen raus. Um es kurz zu machen, man darf die beiden Schuhe noch tragen, aber dieser besagte Nike-Alphafly, den Elut Kipchoge anhatte beim Ineos-Projekt-Marathon unter zwei Stunden, der wäre theoretisch verboten oder sage ich mal, ist verboten, wäre einfach, weil außer für Kipchoge ist er auch nicht erhältlich, also gäbe es auch gar nicht die Möglichkeit für uns oder viele andere, den einfach so ohne weiteres zu tragen, aber Genau, das müssen wir kurz noch erzählen, dass das die neuen Bestimmungen sind, dass keine Prototypen mehr zugelassen sind. Genau, es gibt ja quasi drei Maßstäbe, die erfüllt werden müssen, damit Schuhe zugelassen sind. Einmal, es darf kein Prototyp sein, das ist so definiert, dass der Schuh beim Einsatz in dem Wettkampf für vier Monate vorher schon im Handel frei zugänglich für jedermann gewesen sein muss. Das zweite ist, die Sohle darf nicht höher oder größer sein als 40 Millimeter. Welche Überraschung, der Nike Next% kommt, je nachdem, wie man dann misst, aber ziemlich genau auf 40 Millimeter. Also sprich, man könnte es schon so auslegen, dass quasi der Next% der letzte zulässige Schuh ist, im Sinne von die Entwicklung in der Richtung maximal ausreizen. Also mehr wäre da nicht möglich. Und die dritte Bestimmung ist, es darf nur eine Platte verbaut sein. Und das ist nicht nur Bezug auf Carbon, es wird von anderen Herstellern auch bald was kommen, wo zum Beispiel die Carbon-Platte nur in dem Wettkampfschuh ist, aber ein ähnliches Modell kommt als Trainingsschuh, da ist dann Nylon-Platte verbaut. Aber eben die durchgehenden, es muss eine durchgehende Platte sein, es dürfen nicht wie beim Alpha Fly 3 sein, das war da aber auch eine Ausnahme, sowohl beim 4% als auch beim Next% ist es nur eine Platte, sprich, das erfüllt das Ganze auch, das heißt, alle Schuhe, die für jedermann bisher zugänglich waren, sind auch weiterhin erlaubt. Und alles andere, was da vielleicht von Nike auch mal so entwickelt wurde, dass es in den Verkauf kommen sollte, sprich, der Alpha Fly, weiß man nicht so genau, ist verboten oder würde dann verboten sein. Wobei man sagen muss, diese Regeln sind von der World Athletics, also ehemalige IAF und dann eben auch nur für die Rennen, die diesen Regularien unterliegen. Also für Amateure wäre es quasi egal, also wer da zu irgendeinem Schuhhersteller einen guten Draht hat und sich einen eigenen Schuh mit fünf Carbon-Platten bauen lassen kann und die 20.000 Euro Forschungsgelder für die Entwicklung da übrig hat und zur Verfügung stellt, der könnte das theoretisch machen. Ja, wie das jetzt im Triathlon weitergeht, auch da gibt es eigentlich keine, also bisher ist da auch noch niemand sonst mit irgendwie ähnlichen Schuhen rumgelaufen. Das Einzige, was es mal gab, sind, dass so Athleten wie Vincent Louis oder Ben Hoffman, die einen guten Draht zu Nike haben, nicht nur die Next% beispielsweise gelaufen sind oder relativ früh gelaufen sind, sondern dann diese Sonderedition, die mal limitiert waren auf 100 Auflagen, 500 oder 1000, die hatten dann eben diese Schuhe an, an die sonst keiner kommen würde, das hatte dann aber auch keine großen Unterschiede, sondern dann nur beispielsweise im Mesh nichts irgendwie in Richtung der Carbon-Platten oder grundsätzlichen Veränderungen in Sohle und Platte, was ja eigentlich das Besondere an dieser Technologie ist, also da war nichts anders, also es ist relativ unbedenklich, was das angeht. Das wird auch weiterhin erlaubt sein, also man kann Schuhe kosmetisch, also optisch verändern oder auch medizinisch, wenn man das heißt, wenn man irgendwie eine Anpassung braucht und das nachweisen kann und das muss man aber anmelden, man muss den vorlegen quasi, den Schuh und der Verband kann auch Schuhe einziehen, kann sagen, wir haben den Verdacht, dass das nicht mit stimmt, wir prüfen den nachträglich. Ich bin da sehr gespannt, ich meine letztendlich kann man das total aufgeregt diskutieren und sagen, was bedeutet das für die Entwicklung, die Hersteller werden begrenzt in ihren Möglichkeiten und so weiter, man kann aber auch einfach sagen, da wird ein Ausrichtungsgegenstand Regeln unterzogen, so wie das in allen anderen Sportarten oder in ganz, ganz vielen Sportarten auch ist, weil manchmal der Punkt kommt, entweder aus Sicherheitsgründen oder aus, wie soll man sagen, dass das Gleichgewicht nicht mehr gegeben ist, Chancengleichheit, denn das steckt ja dahinter bei allen Olympischen Sportarten. Ja, aber da muss ich ehrlicherweise sagen, also nur weil ein Hersteller, der beispielsweise auch Athleten sponsort, es in der Entwicklung schafft, etwas Bahnbrechendes zu erfinden, finde ich, darf es ja nicht dazu führen, dass grundsätzliche Einschränkungen stattfinden, weil jemand es schafft, irgendwie die Entwicklung voranzutreiben. Also ich meine, wenn du die Formel 1 nimmst, da ist es... Ja, habe ich gleich ein Gegenargument. Warum? Formel 1 ist kein Olympisches Sportrat. Der olympische Geist ist und das steckt dahinter. Die olympische Sportarten sollen so stattfinden, dass jemand, jetzt ist Afrika ein schlechtes Beispiel beim Laufen in dem Fall, aber dass überall auf der Welt, egal wie arm das Land ist und so weiter, man annähernd mit dem gleichen Material an den Start gehen kann. Das steckte auch dahinter im Radsport, hinter der Gewichtsbeschränkung. Das gibt es beim, kenne ich mich jetzt nicht aus, aber es gibt es beim Rudern. Es ist letztendlich beim Schwimmen irgendwann gekommen, weil man auch gesagt hat, wenn die Technologie zu sehr da reingreift und sagt, okay, die einen haben das, die anderen haben das eventuell nicht oder auch es verändert zu sehr den Charakter der Sportart, dann, und da kann man jetzt drüber diskutieren, ist das jetzt so bei dem Schuh oder ist das nicht so, aber das steckt dahinter, dass man sagt, wir wollen jetzt hier eine Beschränkung, bevor jetzt der nächste mit Sprungfedern antritt, sagen wir, okay, der Schuh wird einer Begrenzung unterzogen. Ja, ich finde halt, es ist so ein bisschen, es hat so ein bisschen was von beidem, weil auf der einen Seite weiß man ja in allen Sportarten, also was heißt in allen, aber in vielen Sportarten und sei es nur der banal erscheinende Ausrüstungsgegenstand überhaupt, ist es ja so, dass jeder Hersteller versucht, Sachen zu optimieren. Das ist einfach Teil des Geschäfts heutzutage und wenn es da nur darum geht, dass Nike auch schon mal Aerotape für Windwiderstand den Athleten gegeben hat bei Meisterschaften, so dann, damit kann man sicherlich nicht viel rausholen, aber es ist einfach auch der Gedanke vom Profisport oder ein Zeichen von Professionalität, dass du einfach dann versuchst, möglichst viel rauszuholen und wenn das für einen Hersteller halt auch bedeutet, dass er wirklich viel Geld in die Hand nimmt, um überhaupt Entwicklungen stattfinden zu lassen und da kommen wir jetzt eigentlich zu einem entscheidenden Punkt bei dieser Schuhentwicklung. Ich persönlich oder wir wissen ja auch von mehreren Herstellern, dass die schon lang dabei sind, etwas Ähnliches zu entwickeln, aber es einfach entweder nicht auf einem vergleichbaren Niveau geschafft haben oder nicht in der Zeit geschafft haben. Hoka war jetzt so der erste Hersteller, der nachgezogen ist und wir wissen ja auch, dieses Jahr vor Olympia werden von, ich glaube, das kann man so sagen, eigentlich allen großen und relevanten Schuhherstellern Modelle mit der gleichen Technologie kommen, damit die Marathonläufer am, ich glaube, es ist der 8. August beim Marathon mit einem konkurrenzfähigen Schuh an den Start gehen können und da muss man ja halt auch sagen, wenn es nur mal einen Materialvorteil insofern gibt, dass einfach ein oder gewisses Equipment besser ist, dann steht es ja auch jedem Athleten frei, das zu benutzen. Also klar ist man da eingeschränkt in seinen Sponsoring-Verträgen unter anderem, das hat ja auch dazu geführt, wir hatten das hier schon mehrmals bei den Schuhen, dass Athleten irgendwie die Schuhe gekauft haben, übergemalt haben mit dem Logo ihres eigentlichen Sponsors, eben weil sie diesen, wie du schon sagst, Wettbewerbsnachteil und Chancengleichheit, weil sie das einfach nicht eingehen wollten und ihnen die Performance in erster Linie am wichtigsten ist und sie das so empfunden haben, wenn sie das nicht haben, dann haben sie nun mal, verlieren sie Zeit letztendlich und das ist natürlich dann, ist natürlich schwierig. Aber das kann ich noch nachvollziehen und ich hätte jetzt auch das Fass, glaube ich, auch, wäre auch, glaube ich, nicht unbedingt aufgemacht worden wegen einem normalen Serienschuh, wo man sagen kann, ja gut, das ist jetzt auch ein relativ überschaubarer Kostenfaktor, sage ich jetzt mal, aber wenn wir dann irgendwo an einen Punkt kommen, wo dann eben Spezialsachen gemacht werden, die dann nur für einen, für den Topläufer und so weiter, dann sind wir halt dann irgendwann doch an dem Punkt, wo jemand von der Karibikinsel, der bei Olympia antritt, dann sagt irgendwie, keine Ahnung, ja, ich habe den nicht, den Sponsor, ich kann das jetzt nicht mitgehen und dahinter steckt ja auch, wie groß dann der Unterschied wirklich immer ist, das ist im Einzelfall auch, glaube ich, gar nicht so wichtig. Ich glaube, die Idee dahinter ist, lass den Sport im Vordergrund stehen und nicht die Ausrüstung und deswegen irgendwann an irgendeinem Punkt zu sagen, stopp jetzt mit der Entwicklung, da passiert uns jetzt zu viel, wir machen, wir ziehen jetzt hier eine Linie und sagen irgendwie so, hey, in diesem Rahmen dürft ihr euch bewegen und das ist natürlich auch immer, dann denkt man immer so, ja, das ist immer ganz, ganz schlimm, aber guckt ihr jetzt, wenn man auch wieder zum Fahrradfahren rüber guckt, da ist es ja auch klar, dass dann mit Diamantrahmen, mit der Diamantrahmenform gefahren wird, wo wir dann aber sagen, ist das ein Problem? ich meine klar, wenn du sagen würdest, ja, lass dir doch den freien Lauf, dann treten wir mit Liegerädern an, dann sind wir irgendwann bei dem Punkt, da sagen wir, ist das überhaupt noch ein Fahrrad? Also sind wir überhaupt noch in der gleichen Disziplin und natürlich kann man jetzt diskutieren über UCI-Vorgaben beim Zeitfahren, wie viel Sinn macht das, dass das beschränkt wird, aber Fakt ist, es sind alle, es gilt für alle, also alle müssen sich an die gleichen Regeln halten und deswegen wird das Zeitfahren nicht weniger interessant. Vielleicht wäre es möglich, mit einem anderen spezial ausgestalteten Fahrrad noch ein paar Sekunden schneller zu fahren oder Zehntel oder Tausendstel in anderen Sportarten oder so. Die Frage ist, muss das so sein oder wollen wir uns lieber auf den sportlichen Bett? Das werden die Argumente sein, die dahinter stehen und das ist jetzt, jetzt reden wir über einen Schuh, da ist kein Sicherheitsaspekt drin, da ist, aber wenn die sagen, okay, wenn jetzt beim Schuh die Entwicklung auch anfängt, dann ziehen wir doch da jetzt die Linie und sagen, okay, macht ein bisschen Piano. Letztendlich wurde das Ganze ja auch eingeführt, einmal, weil man bei Kipcho gesehen konnte, Nike hätte noch ein Produkt, was darüber hinausgeht und ich weiß jetzt tatsächlich gar nicht, was marketingtechnisch mehr bringt. Die Tatsache, dass der Schuh jetzt nie auf den Markt kommen wird und erhältlich sein wird für Millionen von Läufern, die eventuell noch schneller damit sein könnten oder der Umstand, dass jetzt gesagt wird, wir müssen Nike einen Riegel vorschieben, weil sie zu gute Schuhe bauen. Auch das kann man marketingtechnisch in beide Richtungen auslegen. Ich glaube tatsächlich, denen ist es letztendlich egal, weil die beiden großen Schuhe, die einfach jetzt in den letzten zwei Jahren so viel Bekanntheit und Beliebtheit erlangt haben, letztendlich, wenn man die Zeiten anguckt und auch die Abstimmung unter anderem, ja auch bei uns, bei den Triathlon Awards Platz 1 und Platz 2, zu Recht Schuhe, die für die große Masse funktionieren, bei einem breiten Spektrum von Geschwindigkeitsbereichen und Leistungsklassen und ja, wie gerade schon gesagt, das Spannende wird tatsächlich sein, jetzt in den letzten zwei Jahren kam außerhalb von Nike nur von Hoka was. Jetzt wissen wir, alle anderen werden nachlegen, schon in den nächsten Monaten. Wir haben da auch noch was geplant, um das Ganze mal so miteinander zu vergleichen und ja, so ein paar Ideen, wenn da die Modelle draußen sind, was man damit auch nochmal machen kann, um das zu beleuchten, weil das ja auch nun mal ein sehr, sehr spannendes Thema ist, was funktioniert wie, weil es ist zwar die gleiche Technologie, aber immer eine etwas andere Umsetzung. Jeder, der beide Schuhe mal gelaufen ist, weiß, das Laufgefühl zum Beispiel von dem Hoka Carbon X und dem 4% ist ein ähnliches, aber die Sohle des Hoka-Schuhs ist, ich sag mal, deutlich härter. Also es ist nicht diese ganz weiche Sohle, die dann auch beispielsweise den 4% oder auch den Next% auszeichnet und deswegen ist, das Ganze ja auch individuell. Also ich kenne sowohl Leute und ich zähle auch dazu, für mich funktioniert dann dieser Schuh. Also ich muss auch sagen, der Next% funktioniert für mich nicht beziehungsweise eigentlich ansatzweise so gut wie der 4%. Aber der 4% ist für mich der Schuh. Es passt einfach für mich. Ich kenne aber auch andere, die sagen, das ist viel zu weich, ich kann damit gar nicht laufen. Wir kennen hier jetzt auch Leute, die haben sich beim ersten Einsatz damit quasi durch dieses veränderte Laufgefühl oder durch die biomechanische Veränderung auch direkt verletzt. Ich kenne auch mehrere, die ähnliches Leistungsniveau haben wie ich, die sagen, ich bin die zweimal gelaufen, da war es irgendwie ganz gut, aber danach waren sie mir zu weich oder hat sich dann auch nicht mehr gut angefühlt und dann seitdem stehen sie im Schrank. Also es geht da auch von bis und deswegen glaube ich, wird es so spannend, wenn es die gleiche Technologie, aber mit anderer Umsetzung gibt, ob da nicht doch irgendwie jeder auch was anderes findet, sodass am Ende das so ist wie bei jeder Entwicklung. Es gibt ein breites Spektrum von Angeboten und jeder kann sich das rausziehen, was für ihn persönlich am besten funktioniert. Und da bin ich ganz gespannt, wie die Umsetzung der verschiedenen Hersteller sein werden. Und ja, da bleiben wir am Ball. Wir kriegen relativ bald auch schon die ersten Modelle zugeschickt und wenn es soweit ist, dann werden wir hier und auch auf unseren anderen Formaten berichten. Und ich glaube auch als Triathlet muss man sich am wenigsten Sorgen machen, was seine Ausrüstung angeht. Denn der Sport hat ja schon immer gezeigt, dass er eher sehr innovationsfreudig ist und keine Verbote hat. Also alles andere, was irgendwo überall verboten ist, beim Zeitfahren, beim Schwimmen, hier sei es dann im Triathlet, ist ja eigentlich fast alles erlaubt. Also von daher glaube ich, bleibt uns da noch viel erhalten. Ja, das denke ich auch. Ja, soweit sind wir mit den Szene-Themen durch. Wir runden das Ganze ab mit der Vorschau fürs Wochenende. Da gibt es zwei Sachen, auf die man gucken kann. Das eine ist sportlich interessant, das andere eher durch die Bilder, die das Ganze so produziert und hergibt. Das war böse. Ja, also glaube ich, kann man aber so sagen. Sagen wir für Triathleten. Ja, für Triathleten. Aber darum geht es ja hier. Es ist ja Wintertriathlon. Davon ist gerade die Rede. Beim zweiten Beispiel, das ist Wintertriathlon-WM in Italien am Wochenende, bestehend aus 8 Kilometer Laufen, dann Fahrradfahren, ich glaube 18 Kilometer mit dem Mountainbike durch Schnee und danach 12 Kilometer Cross-Country-Skiing. Ja, Wintertriathlon, Weltmeisterschaft, ich glaube erneut, wie auch schon im letzten Jahr, wir sprachen auch im Podcast drüber, kein Deutscher am Start. Das findet hier nicht mehr statt. Wir hatten ja dieses Jahr hier in Hamburg auch noch gar keinen Schnee. Wir haben nicht mal Frost gehabt. Wir haben schon Frühling. Ja, aber das sind immer sehr spektakuläre Bilder, die man dann da sehen kann. Je nachdem, was da so stattfinden wird, werden wir das auch nochmal irgendwie einbinden, entweder auf unseren Social-Media-Plattformen oder nächste Woche im Podcast vielleicht auch darauf verweisen. Wir halten da die Augen offen und was aus, jetzt komme ich dazu, sportlicher Sicht bestimmt interessanter wird, ist der Ironman 73 Dubai. Traditionell immer ein stark besetztes Rennen und ja, findet an diesem Wochenende wieder statt und gibt so ein bisschen jetzt nach dem 73 Südafrika den Auftakt für das erste, ich sage mal, nicht nur große Rennen, sondern wo man echt sagen kann, wobei Südafrika war ja dieses Jahr auch schon echt gut besetzt, aber so top besetzte Rennen im Sinne von die ersten wirklich super Stars, wenn man denn so will, starten da in den vergangenen Jahren waren es auch neben jetzt letztes Jahr einem nicht-finishen Christian Blumfeld, mal ein Alistair Brownlee, der da schon gewonnen hat, Jan Frodeno ist da auch schon gestartet. Also Daniela Rief, die ja auch die Triple Crown schon mal gewonnen hat, auch schon mehrmals da gewesen. Anna Hauck letztes Jahr da gewesen. Ja, Anna Hauck da gewesen, letztes Jahr Zweiter geworden, Holly Lawrence gewonnen. Also immer ganz große Namen und dieses Jahr von dem Kaliber, sag ich mal, ist niemand mit dabei, was natürlich ein bisschen schade ist, aber nichtsdestotrotz in der Leistungsdichte wieder ein sehr stark besetztes Feld. Vorjahressieger, Adam Bauden mit dabei, sehr starker Läufer, ehemaliger Kurzdistanzler, Peter Hemmerich, der 2019 vor allem die Challenge-Rennen dominiert hat, muss man ja schon fast sagen, David McNamee, der Hawaii-Dritte von 2017, 2018, auch auf der Startliste, Matt Troutman steht auch drauf, bei dem, ja, ist eigentlich nicht ausgeschlossen, liegen ja zwei Wochen dazwischen, der hat den Ironman 73 Südafrika gewonnen, Bart Arnutz, der auch in Südafrika im Start war, steht auch auf der Startliste, Justin Metzler, junger US-Amerikaner, den man auch nicht außer Acht lassen sollte, der hat starker, starker Nachwuchs, Ivan Ranja, den man, den man kennt und von den Langdistanzlern auch noch Jesper Svensson, er ist ein ziemlich starker Schwimmer bekannt, ja, also da sind viele mit dabei, die das Ganze aufmischen können, mehrere Siegkandidaten, das wird sicherlich spannend, aus deutscher Sicht, bei den Männern Alexander Schilling mit dabei, Luca Herd und ja, sind wir gespannt, wie das ausgeht, werden das, das Rennen findet schon in der Nacht von Donnerstag auf Freitag statt, weil das Wochenende in den arabischen Emiraten ja nicht wie bei uns Samstag, Sonntag ist, sondern Freitag, Samstag, ja, deswegen gibt es die Ergebnisse da schon am Freitagmorgen oder Freitagmittag, je nachdem, wann ihr nachguckt, aber das Rennen findet, glaube ich, deutscher Zeit Startschuss ist um 4.30 Uhr, dann quasi kann man sagen morgens am Freitag und ja, bei denen, kommen wir zu den Frauen, bei den Frauen tatsächlich dann wahrscheinlich, ja, fast dann schon Top-Favoritin, Imogen Simmons mit einem dritten Platz bei der Ironman 73 WM, ja, und auch, die überhaupt in der Bären starken Saison, genau, wollte ich auch gerade sagen und auch darüber hinaus auf der Langdistanz starken Leistungen, Helen Jenkins, aus Großbritannien, von denen viele sicherlich noch irgendwie die Kurzdistanzerfolge im Hinterkopf haben, ja, die ist jetzt auch auf der 70-3-Strecke unterwegs, Angela Neath, wie man sie ausspricht, auch dabei, Kanadierin, eine von denen jetzt gerade, ja, noch wenigen, die schon für den Ironman Hawaii 2020 qualifiziert sind, ja, und dann bei den bei den Frauen noch, ja, als Siegkandidatin einzuschätzen, wahrscheinlich auch Anna Watkinson, die auch beim Ironman 73 Südafrika am Start war Vierter geworden ist und Pamela Oliveira aus Brasilien und dann aus deutscher Sicht Elena Illedic mit ihrem ersten Profiren Agegrouperin gewesen und was die meisten wahrscheinlich dann mitbekommen haben für die größte Furore 2019 sorgte, also durch die Saison weg starke Leistung gezeigt, aber dadurch aufgefallen ist, dass sie quasi nach Zeit beim Ironman 73 Kreichgau Dritte geworden ist, also natürlich nicht im Profirennen unterwegs war und andere Startzeit und so weiter, wir hatten die Thematik hier auch schon an anderer Stelle, ob das dann vergleichbar ist oder nicht, aber das kann man glaube ich so sagen, Kreichgau, da sind starke Athleten am Start und wenn man es da schafft als Agegrouperin die drittschnellste Zeit bei den Frauen hinzulegen, dann sollte man definitiv mit einer Profilizenz liebäugeln. Ja, total spannend, den Schritt gemacht jetzt dieses Jahr und auch ja durchaus ambitioniert unterwegs, also wird sich nicht verstecken, denke ich. Ne, das würde mich auch nicht wundern, wenn da mindestens eine Top 5 Platzierung bei rausspringen würde direkt. Wir sind nächste Woche schlauer, wir berichten dann wieder über die Rennen, über das, was in der Szene passiert ist, hoffentlich nicht mehr über das Coronavirus und ja, vielen Dank an der Stelle fürs Zuhören und nee, das machen wir jetzt noch einmal ganz kurz, wir haben noch die Kategorien. So, das ziehen wir durch. Zumindest habe ich noch die Einheit der Woche, die ich letzte Woche schon vorstellen wollte und das dann nur nicht gemacht habe, weil ich die Anforderung nicht hatte, in welcher Zeit das absolviert wurde. Dann hau das raus jetzt. Ja genau, es passt nämlich so gut, weil der Ironman 73 Dubai ja ansteht, ich Alexander Schilling eben gerade schon angesprochen habe und der ist letzte Woche 16 mal 200 Meter Lagen geschwommen auf der Langbahn, aufgeteilt in quasi vier mal 200, vier mal 100, vier mal 50, vier mal 25 Wechsel. Also alle 200 Wechsel viermal, oder dann die nächsten vier, 200 Lagen, hunderter Wechsel, die nächsten vier mal 50er Wechsel, die nächsten vier mal 25er Wechsel, also sprich, die ersten vier mal 200 geschwommen mit 200 Delfin, dann die 200 Rücken, dann die 200 Brust, dann die 200 Kraul. Gott, steht da irgendwo eine Anzeigetafel am Rand, machen sie das? Ja, es waren DIN-A4-Zettel, ich packe den Link mit in die Show Notes und jeder, der sich berufen fühlt, das nachzuschwimmen, der kann das mal machen, die Durchschnittszeit von Alex, da hatte ich ihn gefragt, lag bei 2,54 und ich hoffe, ich täusche mich da jetzt nicht, das habe ich nämlich hier gerade nicht mit stehen, aber das hat er mir geschrieben, ansonsten entschuldige ich mich dafür, ich glaube, ich bin mir relativ sicher. Das sollte man sich einfach mal als Ziel setzen. Genau, sollten alle jetzt nachschwimmen, 16 mal 200 Lagen, Alex Kommentar dazu war, das ist auch so eine Sache, die man sich niemals selbst ausdenken oder auf den Trainingsplan schreiben würde, aber mein, in seinen Worten war es dann klassischer DDR-Coach von früher, kommt immer mal wieder auf solche Ideen. So, jetzt ist uns das gleiche passiert, wie vor geraumer Zeit schon mal, als wir beide zusammen Podcast gemacht haben, die Batterie ist ausgegangen und wir mussten eigentlich nur noch vernünftig die Verabschiedung durchziehen, aber anstandshalber machen wir das auch noch. Genau, Alex Kommentar dazu war, dass er quasi das als Einheit sieht, die er sich auch niemals selbst auf den Trainingsplan schreiben würde oder man die sich ausdenken würde, aber er hat da so einen DDR-Coach, wie er es sagt, der sich immer mal wieder sowas einfallen lässt, das kann ich auch so bestätigen, ich habe nämlich auch im Schwimmverein zu Hause jemanden von dem Kaliber, der wird bei uns auch immer so bezeichnet, ganz herzlich, wir mögen ihn alle sehr, aber vielleicht ist es auch noch mal sowas, ich glaube Schwimmtrainer haben sowas an sich, vielleicht kann der eine oder andere, der das gerade hört, das auch nachvollziehen, wenn man denkt, das Schlimmste ist vorbei und dann kommt eigentlich die Hauptserie, solche Geschichten erlebt man dann ja immer wieder mal. An der Stelle, genau, Einheit der Woche noch durchgezogen, wir haben jetzt nur nochmal angemacht, um eigentlich Tschüss zu sagen, danke fürs Zuhören, wenn es Feedback gibt oder Fragen, schreibt uns auf den möglichen Kanälen, ansonsten, ja, danke für jede Bewertung, für jedes Zuhören und bis nächste Woche. Bis dahin. Ciao. Ciao.